Classic Stream, der übliche Montag, Scar-Stream sozusagen, heute momentan noch ein bisschen alleine hier. Ich hoffe, ich drehe mal ein bisschen am Mikro, ich hoffe, das wird sich hier noch so ein bisschen ändern gleich. Und dann schauen wir mal. Was müssen wir denn heute so machen? Was können wir denn so machen? Die Hildegard fehlt uns nämlich noch. Wir sind auf jeden Fall frisch, fromfröhlich ausgeruht. Ich sollte mich mal so ein bisschen schmabaffen. Haben wir das schon mal hinter uns? Ja, ja, ja. Während wir auf die Hildegard warten, kann ich mal einen Blick in die Gilde werfen. Okay, okay, okay. Boah, das sieht doch ganz nett aus. Unsere kleine, gemütliche Gilde. Ja, jetzt lass es warten. Vielleicht kommt sie ja mal. Ich kann ja hier mal ein paar Faxen machen. Ne, da. Da macht man die Faxen. Ähm... Essen ist fertig, greif zu. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Brauchen sieben Streuner klauen und krallende Hexen schwingen. Ich denke, dass damit werden wir anfangen. Jippie! Was haben wir denn noch so schönes zum Verkaufen? Äh, Wollstoffballen brauchen wir für die Schneiderei. Ähm... Ich könnte mal gucken... Ah, hier, entzaubern könnte ich nochmal. Die Grizzlyhose. Na, ich wollte mal gucken... In Okrem mal, ob wir... Ja, nicht äh... Mal den Alchemie bisschen nach oben bringen können. Ich bin eben gerade so ein bisschen verwirrt. Ich könnte mal nebenbei noch ein paar Leihstoffballen machen, die wir gar nicht brauchen. Schaden kannst du nicht. Ja, wo bleibt sie denn? Wo bleibt sie denn? Ja, wo bleibt sie denn? Wo bleibt sie denn? Hm... Haben wir denn da? Tiger-Augs können wir noch verkaufen. Ich glaube, die Leihstoffballen werde ich auch verkaufen. Brauche ich die denn noch? Das ist eine gute Frage. Also. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ohne Verpflichtung und Spaß an der Sache. Ohne Verpflichtung, aber Spaß am Spiel. Am Spiel und der Kameradschaft. Discord vorhanden. Und... Und... Nee... Nee. Gucken, ob da was passiert. Ich glaube es zwar nicht. Wir könnten einfach einen Kill machen, um unsere Schneiderei ein bisschen zu pushen. Ah, genau. Wir könnten ein paar Kills machen. Dazu bräuchten wir feine Feiden. Ja, das machen wir doch mal. Während wir warten. Während wir warten... Bist du schon im Discord? Bist du schon im Discord? Ich auch. Ich höre dich nicht. Wieso höre ich dich nicht? Wieso höre ich dich nicht? Wieso höre ich dich nicht? Ich glaube jetzt höre ich dich. Ich glaube jetzt höre ich dich. Rede mal. Jetzt höre ich dich. Problem. Ah, okay. Ich habe mich schon dumm und dämlich gesprochen und das Schlimme ist bei dir, dich hört man nicht. Also schon, aber nicht immer. Aha. Du was sagst. Hallo. Willkommen. Hallo. Soll ich schon reingehen in World of Warcraft? Du bist schon drin, ne? Ich bin schon drin. Ich bin schon am Arbeiten hier. Hart am Arbeiten. Hart am Arbeiten. Okay, dann komme ich auch rein. Hör ich dich jetzt besser? Ich glaube jetzt höre ich dich besser, oder? Hörst du mich jetzt besser? Ja, jetzt höre ich dich flüssig. Nein, du hörst mich doch nicht, oder? Doch. Was? Ich höre nichts mehr. Hallo, hallo. Was? Hallo, hallo. Peter. Ach Mensch ey. Oh Gott, jetzt wollte ich mit der Evi online gehen. Aber wir gehen ja mit der Hildegard. Ey, da sind wir schon level 18. Ja. Umfassbar. Wir sind schon so weit vorangekommen. Und ich habe es nicht geschafft, heute mir Weihnachtssachen auf meine Kamera zu machen. Müsselzweig und so eine Sachen. Habe ich vergessen. Boah. Du schnick, schnack, schnuck. Hallo übrigens an den... Ach, du hast mich jetzt schon so gehalten. Du bist ja fritzig. Ich wollte dich auch einladen. Hade ich ihn übrigens an den Stream von Hero. Ich habe hier gerade eine Anfrage. Okay. Du hast eine Anfrage bekommen. Ja, wegen ob ich da irgendwo im Flammenschlund Lust hätte zu heilen. Okay. Nee, liegt leider nicht in meiner Planung. Da wir Flammenschlund ja nicht machen, weil wir ja immer noch auf unsere zwei anderen Kameraden... Ich will keine Namen nennen. Hallöchen, Parson Weeps. Hallo, hallo. Ich hoffe, du bist gut in die neue Woche gestartet. Ja, was machen wir überhaupt jetzt? Ähm, ich hatte gedacht, dass wir die Streunerklauen und die Krallen der Hexen... Harpien-Mocken da. Ja, räuberische Harpien? Ja, können wir machen. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan, würde ich sagen. Ja, man sollte wenigstens zwischendurch noch so Pläne haben, ne? Wirst du dann gut in die neue Woche gestartet hier? Ich immer nicht. Hm, du immer nicht? Nee, Woche war viel zu kurz. Äh, Wochenende meine ich. Das Wochenende ist immer viel zu kurz. Man sieht sich. So. Das Wochenende ist viel zu kurz. Pio. Oh. Ich muss doch Silberblätter sammeln. Ach, du musst Silberblätter sammeln. Oh. Warum machst du... Ich bin mal wieder beim Thema. Warum machst du mit Evi und mit Hildegard? Beides sind Kräuter. Wie ihr gesagt habt... Nein, weil ich... Erst hatte ich hier was anderes. Ich hatte hier mit der Hildegard erst Bergbau. Und da meinte doch, ähm, Rehle, dass ich, ähm, dass er doch... Nee, irgendwer anderes wollte Kräuterkunde auf einmal machen. Und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Ach nee, doch, ja. Hier, Industrie machen. Und dann habe ich Kräuterkunde gemacht. Ich glaube, weil du es unbedingt machen wolltest. Ich hasse mich auch dafür. Du kannst es immer noch wieder verlieren und was Neues machen. Nee, um Gottes Willen will ich gar nicht. Wie das aussieht, wenn ein Ork so jemanden beschwört. Das sieht echt merkwürdig aus. Ich habe mir übrigens, ähm, dein Pokémon-Stream angeguckt. Und? War gut? Ich bin nicht weit gekommen, aber... Wie gesagt, ich habe, also ich habe so ein bisschen reingeguckt. Freitag hat es ja gespielt und Sonntag, ne? Ja, genau. Sonntag beim Aquarium wasch, äh, sauber machen. Meine Mütze fängt jetzt schon an zu jucken, ne? Das ist so eklig, wenn du Wollstoffe trägst. Und das einfach auf der Haut so mega... Achso, müssen wir hingehen jetzt. Folgen Sie mir. Ich weiß, wo es lang geht. Ja, du schietest ja auch. Ich schiete nicht. Ich schiete ja nicht. Nein. So was würde ich niemals tun. Ich bin schließlich von dem Verlassener. Ich bin ein verlassener König. Na, was ist das so lebenslige? Die kleine Katze sitzt schon wieder auf meinem Schulz hier. Wo sind doch jetzt die anderen Katzen denn? Ich bin ganz zufrieden mit meinem Wochenstart. Ich habe heute sogar schon ein bisschen was für die Uni gemacht. Und morgen muss ich in ein anderes Seminar. Da habe ich mich auch schon ein bisschen vorbereitet. Und jetzt die Woche habe ich noch Zeit, bis zum Sonntag ein kleines Testat vorzubereiten. Und wenn man das überwiegend richtig beantwortet, dort die Fragen, dann bekommt man wohl extra Punkte für die Klausur. Also entweder wird die Klausur extremst schwer, dass man unbedingt diese Testate zwischendurch absolvieren muss, um ein bisschen Zusatzpunkte zu bekommen. Oder... Ich weiß nicht. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten mit der Klausur. Da echt schon Schiss vor. Eh, sowieso. Klausurenphase in der Uni ist echt immer scheiße. In den letzten zwei Wochen im Februar so viel zu machen. Davor dümpelst du rum und hast nichts zu tun und dann auf einmal... BAM! Klausurenphase. Sei doch froh, dass es so ist und nicht so wie bei mir. Ich habe jetzt fünf Monate voll Power durch. Ja, das hätte ich aber lieber und wäre dann fertig. Anstatt dass sich das immer so ewig zieht. Da sind Silberblätter. Kiro, ich muss zu den Silberblättern. Ja. Und zu der Erd... Ach ne, Wilddornrose. Geh du mal. Ich guck mal nach den Streuen an. Die eventuell sein sollen. Wilddornrose. Also ich habe das Gefühl, bei Pokémon jetzt mal um kurz das Thema zu wechseln auf meinem Stream von gestern. Ja. Ich habe das Gefühl, dass Radfratz irgendwie total overpowered ist und ich einfach die falschen Pokémon habe. Wie viel ist das Game zu overpower? Nee, Radfratz. Radfratz, ja, ja. Auch Radikal mit seinem Hyperzahn. Das hat mega die, äh, mega die Kampfpunkte. Ja, äh. Ich hatte auch, äh, eine Zeit lang Radikal bei und habe immer, ähm, Hyperzahn eingesetzt. Damit kannst du die ganzen Pokémon fertig machen. Das ist mega krass. Ja, ich finde das total, äh, OP. Das Teil. Wenn du das als Feind hast, dann, äh, holler die weiter. Also, das hat meinen 5 level höheren Pikachu... Einmal Hyperzahn, Pikachu war weg. Wacko. Ich war... Das hat echt genervt. Kämpfst du da? Ach, kämpfst du gerade. Ach, müssen wir gegen die Kämpfe? Wir brauchen die Clown. Von denen. Achso. Ach, vom Streuner und auch von der Streunerin, oder wie? Ja, genau. Warum greife ich da eigentlich mit meinen Streitkolben an? Erst mal wieder reinkommen mit dem hier. Wo bist du denn? Da bist du. Oh, Mist, ich wollte noch so eine... Ah, ich habe eine kleine, pelzige Klaue und Streunerklaue bekommen. Ja, die habe ich auch bekommen. Sehr. Ich freue mich schon auf Freitag, da werde ich wieder lange spielen. Ähm... Lange wollen wir so auch was machen. Aber ich muss mal gucken... Ähm... Also, ich hatte ja von 15 bis, glaube ich, 20 Uhr gespielt. Und das war extremst lang. Also, das hat nachher echt schon so ein bisschen an meinen Nerven gezogen, muss ich sagen. Obwohl es halt auch Spaß gemacht hat. Aber ich werde am Freitag wahrscheinlich dann auch wieder bis... Entweder 20 Uhr machen oder 21 Uhr. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Muss ich mal schauen. Ich werde Freitag auf jeden Fall auch mein Spiel, was ich da angefangen habe, auch weitermachen. Ach, da habe ich auch kurz reingeguckt gehabt. Wo du da diese Geister sammeln musstest. Hast du die noch gefunden? Ja, die habe ich gefunden. Sehr cool. Die Geister. Die Geister, die ich liebe. Ich fühle mich voll schlecht. Ich habe heute noch nicht einmal Cola getrunken. Ihhh... Ich merke ein wenig Kopfschmerzen. Entzugserscheinungen. Ja, wirklich. Aber wirklich. Richtig schlimm. Warum hast du denn sowas noch nicht gemacht? Die gammeln hier einfach die Löwen. Und jetzt greifen diese Scharnis an. Ja, die holen sich da nur aus. Lieber, bist du eine kleine Katze? Zeig mir deine Katze. Okay, wo noch hin? Wo ist die noch mehr Löwen? Da vorne? Okay. Was wir hier machen, ist die noch nicht. Au, der Pullt aber gleich noch da. Ei, ei, ei. Das war aber nicht so gedacht. Sorry. Ah, das kriegen wir schon hin, irgendwie. Ehe, das kriegen wir nicht hin. Wenn er wenigstens sein Pullt halten würde. Loil, haben wir einfach alle fertig gemacht. Sehr schön. Ah, zu zweit schaffen wir das schon. Sehr schön. So, mir fehlen noch drei Klauen. Oh, da schläft einer. Guck dir an. Jetzt habe ich ihn wach gemacht. Oh, du bist ja lustig. Eine Wilddornrose in deinem Boden. Ah, ich war den ganzen Tag irgendwie einfach nur müde. Ah, da haben die beiden ganz schön was zum Aufholen. Ja, meinst du, die spielen nochmal irgendwann mit? Keine Ahnung. Rehla habe ich schon lange nicht mehr gehört. Sag niemals die, aber ich dachte ja auch, dass hier Eugenio mitkommen würde, aber der hat jetzt auch gar nichts mehr. Also der ist auch gar nicht mehr online gewesen. Mal gucken. Ich nehme auch erstmal Vollid mit dir. Ich bin ja die ganze Zeit dabei, also... Krass. Ich habe ja nicht einmal gefehlt. Ach, nächste Woche muss ich schwänzen übrigens. Das musst du nächste Woche? Nächste Woche muss ich schwänzen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Schwänzen muss ich. Schwänzen? Nicht besucht. Ich habe keine Zeit. Ach, nächsten Monat... äh, nächsten Monat... Nächsten Montag kannst du nicht? Ne, nächsten Montag kann ich nicht. Da habe ich... Okay, das ist kein Problem. Dann spiele ich da endlich mal Sherlock Holmes, würde ich sagen. Genau. Und ich gucke mir das VOD dazu an. Das kannst du machen. Das hört sich nach einem Plan an. Was machst du denn, Monat? Ah, ich habe ein Parteitreffen. Aha, okay. Parteitreffen? Vom Ortsverband. In welcher Partei bist du? Ich bin liberal. Du darfst die Hyäne an. Müssen sie auch machen? Nö, die müssen wir nicht machen. Ich habe die einfach nur gemacht, weil sie auf dem Weg liegen. Oh, mach die Hyäne. Mir fehlt noch eine Klaue. 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 Aua. Also gestern hatte ich schon ein bisschen Angst und Bange um dich. Wieso hattest du Angst und Bange um dich? Wo du angefangen hast mit Apex. Oder noch nicht angefangen hattest mit Apex. Mit Apex? Warum? Wo dieser eine mit dem Arbeitsamt da gestiegen hat. Ach ja, voll schlimm, oder? Also manche Leute. Also der war mir ganz koscher. Da weiß ich auch immer nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich meine, jeder kann ja das schreiben, was er will. Aber manche sind halt echt. Darum meinte ich ja am Ende dann auch, ey, sorry, ich glaube, das ist hier nicht dein Stream. Tut mir leid. Ich will mich halt auch nicht im Stream über irgendwelche politischen Sachen ich diskutiere da unheimlich gerne drüber. Nee, ich will mich nicht. Hallo Kallmock. Hallo Kallmock. Wann machst du mal wieder mit, Kallmock? Ich habe sie. Hast du sie alle? Ich habe sie, ja. Dankeschön. Pasenlubs. In die Bank. Das ist nicht unmöglich. Kallmock hat kein Geld für mich. Kallmock hat sich zu viele türkische Pizzen getraut. Nein, schon. Das nennt sich Lammatun. Lamm am Arsch. Dass du sowas nicht kennst in der Hochburg Berlins. Ich esse sowas halt nicht. Das gibt es auch vegetarisch ohne Fleisch. Das ist ja egal, aber trotzdem muss ich das ja nicht kennen. Berlin ist halt groß. Ich wohne ja nicht direkt, also ich wohne schon direkt in Berlin, aber halt am Rand. Und dann ist es halt so. Aber gibt es am Rand keine türkischen Läden, wo man zum Beispiel mal einen Döner kaufen kann? Doch, auch. Aber das sind nicht so leben, wo ich hingehe und essen will. Ja, weil du kein Döner isst. Genau. Also das stimmt auch nicht. Ich esse schon auch Döner. Also habe ich Döner oder so. Aber ich weiß nicht. Hast du mal einen Döner ohne Fleisch statt Fleisch Pommes probiert? Mit Pommes? Ne. Das ist lecker. Echt? Ja. Habe ich noch nicht probiert. Mit Pommes? Ja. Ah, links ist eine Erdwurte. Äh, Kaimog? Ich lasse die Kategorie erstmal, weil mir wurde gesagt, dass man wohl bei Just Chatting mehr Leute erreicht. Und die dann wohl aufmerksamer wären als bei World of Wokwok. Das würde ich mal testen. Darum lasse ich das erstmal noch so drin. Glaube ich. Und guck mal, wer hier alles dazu stößt. Weil wir ja noch so klein sind. Du bist größer als ich. Ja. Ich bin auch am überlegen, ob ich mich nur noch auf Twitch konzentriere. Mixer und YouTube weglasse. Echt? Ja, bei Mixer erreiche ich gar keinen genauso wie bei YouTube. Und die Videos lade ich eh auf YouTube hoch. Das kann man auch von Twitch aus. Durch wissen. Wo müssen wir lang jetzt zu den Harpien? Mal geradeaus. Also ich habe jetzt bei Mixer schon die 140 Follower geknackt. Und bei Twitch bin ich glaube ich vor den 100. Aber Twitch stagniert halt so ein bisschen. Weil die Leute, die mich zufällig in den Kategorien gefunden haben, die haben dann wahrscheinlich auch ein Follow da gelassen. Und ich habe das Gefühl, dass ich kaum noch neue Leute erreiche. Und durch Just Chatting hat man dann doch nochmal die Möglichkeit irgendwie höher im Ranking zu kommen. Und darum will ich das jetzt mal ausprobieren. Ich habe ein paar Tipps und Tricks gelesen. Und ich meine, wir haben ja auch am Anfang gequatscht. Und World of Warcraft ist eigentlich ein Spiel, wo man relativ gut noch nebenbei quatschen kann. Und spielen kann. Darum ist es halt so. Nein, der Löwe! Er greift mich einfach ran. Ich bin froh, dass der Kodo dich nicht einfach ran greift. Welcher Kodo? Der hinter dir läuft. Der Bluthornkreiser. Ach, Quatsch. Ach, wer soll denn immer, warum sollen denn immer Leute einen melden? Ich meine, letzten Endes streamen, dann habe ich es halt vergessen umzustellen. Es gibt so viele Streamerinnen auf Twitch, die definitiv nichts Produktives machen, was eigentlich auf Twitch zu sehen sein sollte. Und trotzdem werden die nicht gemeldet und nicht gebannt und nicht gesperrt. Und wir quatschen doch. Wir chatten doch nebenbei. Und spielen halt World of Warcraft. Darum finde ich es doch okay. Oder? Ich meine, hätte ich jetzt Basteln drin. Das wäre vielleicht nicht ganz was, was wir essen wollen. Und Basteln würde ich schon mal passen. Komm, du hast schon weiter. Du bist am Meckern, du kratzt nur an der 100 gerade. Und ich krebse hier mit 20 rum. Aber du streamst ja auch nicht jeden Tag. Ne, das ist auch richtig. Ich mache es ja auch nur aus Spaß an der Freude. Ich mache es auch aus Spaß an der Freude. Aber ich mache es halt jeden Tag. Ja, ich habe halt nicht die Zeit dafür, es jeden Tag zu machen. Bei mir ist es mittlerweile echt so, dass ich wirklich versuche... Also ich... Bei mir war es halt vorher so, ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe eigentlich jeden Abend Apex gespielt. Und jetzt mittlerweile spiele ich halt auch nachmittags so ein bisschen. Und ich dachte mir halt so, wenn ich eh schon spiele, dann kann ich auch gleichzeitig streamen. Oh, du hast sie erwischt. Aber sie hat ja nicht zwei. Hast du schon eine Kralle bekommen? Nein. Äh, eine Schwinge meine ich. Keine Kralle. Kralle der Hexenschwinge. Oh, ich bin verflucht, oder? Oh nein, ich habe keine Schwinge. Ich habe nicht so einen Gegenflug-Ding, ne? Habt ihr schon mal jemanden auf Twitch gemütet? Ich bis jetzt noch nicht. Echt auch noch nicht. Egal, was ich gesehen habe. Ich finde halt... Klar, die Kategorien sind schon irgendwie wichtig, aber... Ich musste auch erst einmal in deinem Chat jemanden, äh, Time-Out geben. Echt? Hast du gemacht? Ja. Was ist das denn? Äh... Weil er... Das war dir mit den anzüglichen Bemerkungen. Hm. Okay. Ja, manche übertragen es. Hier ist ein Silberblatt. Ein Silberblatt. Ein Silberblatt. Und Kaimok, bist du gut in neue Woche gestartet? in komplette SMS. Ich denke, wir haben hinten getrennt. Natürlich! Übrigens! 때문에 sind wir doch hier. No! Nein, versuch doch nicht zu flüchtern. Olles Tier. So wie immer. Und du, das doch, also, hauptlich positiv, wenn du sagst, so wie immer. Ich gehe davon aus, dass es positiv ist. Ich glaube, wenn er dich sieht, geht es ihm besser. Das freut mich heute. Ich habe einen Leinenstock bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin aber eigentlich gut, also, für meine Verhältnisse bin ich eigentlich gut in die Hände gestartet, muss ich sagen. Kann ich nicht beschweren. Ich eigentlich auch nicht, außer, dass ich den ganzen Tag müde bin und einen halben Tag nur arbeiten brauchte. Echt? Brauchst du mir einen halben Tag arbeiten? Ja. Chef musste auch vor allem mal weg. Ach, und dann heißt es für dich auch gleich, ciao? Ja, wenn wir im Unterricht sitzen, wer soll den Unterricht weitermachen? Stimmt, ja. Das war so wichtig. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht, weil einem der Stoff fehlt. Keime auf die Muschule, ja. Pass bloß auf, dass du nicht getime-outet bist. Ich komme rüber, du. Was? Komm rüber? Ich sagte, ich komme rüber und dann time-out ich ihn. Achso, ja. Ich habe warme Finger. Oh mein Gott, du hast warme Finger? Was ist das für eine Drohung? Hey, ich habe übrigens warme Finger. Also ich bin ja dafür, dass hier bei World of Warcraft durchgängig Musik ist. Ich finde das ist manchmal zu ruhig, oder? Da muss man mal selber singen und dann kommt man sich vor wie so ein Dussel, weil man irgendwie die ganze Zeit selber vor sich her singt. Ich komme beim Stream manchmal vor wie ein Dussel, wenn ich sogar ganz allein für mich spiele, wenn keiner zuschaut und ich laber. Ja, das hatte ich aber am Anfang auch ganz oft. Es geht aber mit der Zeit hinweg, wenn da wirklich Leute einschalten. Obwohl ich war vorhin auch voll traurig. Ich habe den Stream gestartet und normalerweise sind so drei Leute vielleicht dabei. Und heute war es halt so Null, Null und ich so, nein, es guckt keiner zu. Aber ich meine, die Leute kennen ja auch nicht immer. Da darf man halt nicht von ausgehen. Man spielt einfach, ich meine, wir waren ja eh verabredet und quatschen miteinander. Und alles was über Null ist, ist doch super, würde ich meinen. Selbst nur Null ist eine Zahl, mit der man leben kann. Ich sag mal, ich habe ja eine Zeit lang, gut anderthalb Jahre auch Let's Play Videos gemacht. Zur Zeit mache ich es einfach nicht, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber da ist das ein anderes Gefühl, wenn du dann da am quatschen bist, am kommentieren, als wenn du streamst. Hast du die bei Youtube dann noch hochgeladen? Ja. Oh ok. Ich glaube da habe ich über 400 Videos. Wow. Wirklich? Mhm. Krass. Mit 23 Abonnenten. Krass. Ich habe auch mal Youtube Videos gemacht. Aber von meinen Katzen. Mit Produkttests, Futter vorgestellt und solche Sachen. Das ist dann auf Dauer nicht mehr machbar gewesen. Vor allem, weil du es dann auch noch als Werbung deklarieren musst eigentlich. Ja ja, das habe ich aber auch alles gemacht. Alles als Werbung, Dauerwerbesendung und was man da nicht alles eintragen müsste. Weil ich muss auch sagen, das höre ich auch immer mehr von den größeren Let's Playern sage ich mal. Die Let's Play bringt das eigentlich gar nicht mehr so. Guckt kaum noch einer komplett durch. Also ihr guckt mir Let's Play es eigentlich schon gerne an. Ja, ich eigentlich auch. Aber nicht wenn sie dann ich sag mal 5, 600 Folgen haben. Ne, das stimmt. Also da war zum Beispiel, ich habe bei Compt dann auch Horizon mitgeguckt gehabt. Horizon Zero Dawn. Und das war dann halt so nach der 60. Folge irgendwie so. Oh, wann kommt es denn endlich zum Ende. Da hält man dann auch nicht durch. Ganz ehrlich, das letzte Let's Play, was ich wirklich komplett durchgeguckt habe. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich wusste auch nicht mal, welches das war. Das letzte Let's Play, was ich geguckt habe. Das weiß ich auch nicht. Ich gucke dann, wenn dann eher Streams bei ihm. Dass ich dann den Freitag vielleicht noch nehme. So ein Freier ab 18, ja. In jeder Sachen dann halt angucke noch. Da finde ich es auch ganz cool. Da hat er jetzt letztens immer so Spiele nur angetestet. Außer das eine, das hat er so extrem lange gespielt. Und das war dann nachher schon nicht mehr meins. Ja, bei Gronkh finde ich es ja schön und gut sich die Streams anzugucken. Aber dann mal, ich sag mal, er kann ja gar nicht mehr auf die Community eingehen eigentlich großartig. Wenn da 20.000 Leute sind, die am Schreiben sind. Na doch, er redet schon. Ja, er redet schon. Er pickt sich natürlich auch immer nur ein oder zwei raus. Also, dass schon Sachen vorgelesen wurden. Und das, obwohl ich da keinen Subscriber oder solche Sachen habe. Ja, aber das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, da wollte ich auch was reinschreiben. Und dann stand da, ne, nur für Follower. Echt? Das hat er, glaube ich, nie an, oder? Ich weiß nicht. Bist du verliebt, oder was? Ich zeichne über dich, glaube ich. Über dich. Über dir. Über deinen Charakter. Du schaffst es, Dämon! Wie viele hast du schon gefangen? Äh, wie viele hast du schon bekommen? Ähm, ich hab vier. Ich auch. Halbzeit. Aber hier ist ja zum Glück keiner, der einem das streitig machen will. Was? Der macht was? Der einem das streitig machen will. Achso, ja. So wird nicht, ne? Wenn ich auf der Seite der Allianz kämpfe, da ist es momentan schlimm. Da ist man keine zwei Sekunden alleine. Egal, wo man ist. Der Server ist ja so voll. Aber du bist ja auch nicht auf Hellstriker, sondern auf so einem anderen, oder? Genau, da bin ich auf Everlook. Ja, das ist klar, dass das dann voll ist. Der macht das Quest dann noch keinen Spaß, wenn du da stundenlang wegen irgendwelchen Items da rumgrinden musst. Ja, nicht nur wegen den Items, auch wenn du da auf so einen Entwurf warten musst. Und dann spawnt er erst irgendwie gefühlt in einer Stunde. Unter 10, 15 Minuten ist ja Spawnzeit. Und dann verpasst du ihn wieder und dann... Die hat sich einfach unsichtbar gemacht, die Snitch. Ist doch nicht zu fassen, ey. Ja, so wie dein Schurke. Boah, na, das war ja auch Spaß, ey. Wirklich. Ich dachte, ich flippe aus. Aber ohne Scheiß, ich hab mir das nochmal angeguckt. Ja, im Nachhinein ist es... Hab ich auch mitbekommen gehabt, dass es nicht der Bonus war. Aber sag mal, ich hab jetzt schon ganz oft welche getroffen, die da drüber stehen hatten. 1S, 2S. Was soll denn das immer heißen? Ich hab keine Ahnung, da... Wollen die denn ihren Namen nicht zeigen, oder wie? Also das ist ja zum Beispiel auch, wenn du... Wenn man zum Beispiel... Weiß ich nicht, wenn andere irgendwie... Ähm... Spielen, dass dann da die Namen nicht angezeigt werden. Und wenn ich Streamer oder so. Aber es stand schon ganz... Also öfter... Ja, ich hab mich auch gewundert. Hä, so viele Leute mit so einem Namen? Ja, warum? Vielleicht sollte man das mal googeln. Ist Kaimok noch da? Ich weiß nicht, ob der Kaimok noch da ist. Dann könnte er das mal nachgucken vielleicht. Oder vielleicht weiß er das ja. Das weiß er bestimmt. Kaimok weiß alles. Er ist ja Profi. Im Gegensatz zu uns. Nein, ich bin schon weg. Nein, ich bin schon weg. Ahhhh... Schreit sie. Sie schreit! Erstmal erfrischendes Quellwasser geben. Und ich mach mir gleich eine Mandarine auf. Eine Mandarine. Soll ich mal kurz gucken, was das bedeutet? WoW Classic Name 1s2s. Wenn du das machst, dann brauch ich das nicht machen. User Addon löst 1s2s PvP-Ränge. Was? Im Deutschen? Was? Zum Addon? PvP-Name Addon. Was soll das denn sein? Ah, wegen irgendeinem Addon, was der hat, wird der Name nicht richtig angezeigt. Ist also ein Cheater. Alle, die Addons benutzen, sind bei Mechita. Alle, die Addons benutzen, sind bei Mechita. Die Addons benutzen. Mh, hab ich aber erst einen anderen gesehen. Farbenspiel, danke, ich weiß, dass wir das noch eingestellt haben. Die brauchst du noch? Ich brauch jetzt noch 3, glaube ich. Ich auch. Wow, dann haben wir ja voll Glück, ey. Du solltest die vielleicht erst mal pullen, bevor du dann... Nö, ich schick den da hin und dann schaue ich, wie es weiter geht. Ja, wenn er dann, äh, wenn er 3, 4 andere zieht und dann stirbt, dann... Ist doch auch lustig. Ja, klar. Oh, alles geklappt. Ja, jetzt musst du aber hinlaufen. Dann ein Puls. Schade, dass man sich nicht hin, äh, dingseln kann. Wie hieß das? Ähm, Winseln. Oh toll, jetzt hast du genau eine andere angehört. Ah, mit der werde ich fertig. Ist Level 17 nur. Oh Gott, Hilfe, Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Ich bin äh, eingemühlt im Wind. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist die gekommen? Super. Hey, ich darf sie looten, lass aber nicht. Ja, und ich darf deine looten. Leinstoff Wer hätte das gedacht Ich weiß nicht Irgendwas stimmt mit meinem Restream Chat irgendwie gar nicht Sonst hat er mir immer Zuschauer angezeigt Und jetzt die letzten zwei Streams eigentlich keiner Obwohl ich wohl welche habe Angeblich Aber das ist bei mir auch manchmal verbuggt Ihr könnt natürlich auch gerne Zwei verschiedene Sichtweisen machen Über den Multistream Hast du das verlinkt? Das will keiner Hast du nicht den Multistream verlinkt? Ne, hab ich glaube ich nicht Ich bin ganz böse, ich weiß Das ist nicht lieb von dir Das sage ich deinen Schülern Was? Wenn du mal irgendwann welche hast Natürlich Ich habe das dann schon wieder Traum geschrieben Aber ich kenne auch eine Streamerin Die ist Grundschullehrerin Wie bitte? Was ist meine Streamerin Die ist Grundschullehrerin? Ich kenne eine Streamerin Die ist Grundschullehrerin Echt? Ja Ist doch lustig Farbenspiele Ja, man hat deine Nachrichten lesen Trotzdem werde ich die Kategorie nicht ändern Weil wir spielen World of Warcraft Und quatschen dabei Ich finde es immer lustig Dass dann Leute reinkommen Ey, du spielst in der falschen Kategorie Ja Gronkh spielt auch in der falschen Kategorie Da kommt nicht einer hin Quatscht den 3000 Stunden lang das Ohr voll Weißt du was der Unterschied ist? Es ist Gronkh Ja, ja, ich weiß Gronkh ist Gronkh Aber man Also ich habe Mich mit jemandem unterhalten Der halt auch Auf Twitch streamt Und der meinte Dass es halt für kleinere Streamer Am Anfang sinnvoller ist Spiele zu spielen Wo man halt auch quatscht Und wenn man dann halt In Just Chatting reingeht Dann ist die Wahrscheinlichkeit Einfach höher Dass man eher angezeigt wird Und ich sehe es halt auch Ich habe gest Doch, gestern habe ich gestreamt Und hatte zwischendurch Mal die Kategorien gewechselt Wo wir zum Beispiel Echt gequatscht haben Und so Und da habe ich gemerkt Dass echt mehr Leute reinkommen Und du wirst halt einfach Eher gefunden Und warum soll man das denn nicht ausnutzen? Oder? Du bist ja schließlich kein Partner Du hast ja noch nicht mal In Affiliate Manche bemerken Manche bemerken sich einfach Warum keine Spieler In ihre Streams kommen? Die in ihre Streams kommen Welche Spieler? Verstehe ich nicht Daher sollte man auch In der richtigen Rubrik Man sollte gar nichts Das ist doch gar nichts Vorgeschrieben Das man machen muss Das ist doch eine freie Plattform Wo man auswählen kann Was man macht Und es gibt einfach halt Es gibt einfach halt In den Kategorien Halt auch Wenn ich zum Beispiel Apex streame Und da sind irgendwie 30.000 Leute drin Die Apex zugucken Dann ist die Wahrscheinlichkeit Einfach geringer Und da ist die Wahrscheinlichkeit Und da ist die Wahrscheinlichkeit Außer jemand sucht natürlich gezielt nach Am Spiel Und Farbenspiele Ich suche nicht nach Spielern Für ein Spiel Ich suche nach Zuschauern Weil wir ja selber hier spielen Und halten ihn bei Quatschen Und ich will zum Beispiel Solche Themen da ein Oh nein Was macht der? Ich dachte, er greift mich an Aber er ist ja von uns Zum Glück Hast du deine Krallen fertig? Mir fehlen noch zwei Okay, ich hab alle fertig Wir können also gehen Anders gehen Welche greifst du an? Gar keine Hallöchen Squashwaldy Hallo, hallo Dankeschön für dein cool Korki Vielen Dank Das ist für mich Das ist für mich Aber es ist glaube ich Keine Dinge Hast du schon alle? Farbenspiele schreibt Naja, wenn an die falschen Zuschauer kommst Die nerven dich dann So lange, bis du mit dem Film aufwärst Nicht nerven so lange keiner Und ich höre bestücklich Irgendwelche Zuschauer auf Zu streamen Nur weil die Irgendwie ne andere Meinung Vertreten als ich Aber wenn's dir hier nicht passt Dann musst du auch nicht zuschauen Was? Die bestellen mir ne Pizza nach Hause? Die schicken dir dann Follower-Boots auf den Hals Spam-Bots Erstellen Nicknamen Bis du die Lust am Stream Vergingst Bestellen dir Pizza Äh, okay Das glaube ich aber nicht Das muss ja keiner Ja, herausfindet ich Oh ja mal Pizza nach Hause bestellen Hab ich auch schon mal getan Obwohl die Pizza zu bekommen Wäre schon nice Hätte ich auch schon Bock drauf Jetzt Dann kriegst du auch eine mit Fleisch Oh nee, bitte keine mit Fleisch Das stimmt Wenn Leute nerven Haben Eine wunderschöne Timeout Das stimmt Timeout Wirkt manchmal echt Wahre Wunder Oder letztens Die da reinkam Mit den Alpakern Oh, die waren auch komisch, oder? Manche sind echt ein bisschen weird Alpaka? Aber auch unterhaltsam Ja, ja Da kamen wir auf dem Lächereien So Ja, willst du auf meinem Alpaka reiten? Und ich so Nee Also manche da Ich schüttel hier Pausenlos den Kopf Ja, ja Bei manchen schütteln man echt nur den Kopf Ja, in den Arm treiten Genau Hast du jetzt alle? Nein Was? Warum nicht? Weil mir noch eine fehlt Oh Gott Danke Eine fehlt dir noch Kannst du mich auch bei meinem Namen nennen? Gott musst du mich nicht nennen Nein, nein, nein Gott, fühl dich Also, nein Fühl dich mal nicht angesprochen Ach, schnell, grüße dir Immer noch eine Oh nein Nein Ach, je Was machst du denn mit Abschluss? Ja, ich kann nur nichts dafür Ja, ich kann nur nichts dafür Ich kann doch nicht Ich kann schon Loot Wenn Bots kommen Wenn Bots kommen, dann geht man für ein bis zwei Stunden offline Was ist denn Bots? Welche Bots denn? Was meint ihr denn mit Bots? Chat Bots Was soll ich denn machen? Stream Bots Und was machen die denn? Dann labern mich die ganze Zeit voll oder wie? Spam und Chat zu oder sowas in der Richtung Aber das ist doch cool Dann ist eigentlich in meinem Chat was Und dann hat der Kaimock mal was zu tun Das ist doch witzig Die Spam Unfug in den Chat Ach, noch mehr Unfug als Das, was man sonst so bekommt Nein, Spaß Sonst ist ja eigentlich unser Chat immer sehr, sehr human Bisher haben wir ja eigentlich relativ viel Glück mit den Leuten gehabt Immer noch nicht Die Fleischschenkel hast du bekommen Ja Lecker Fleischschenkel Los, hör die Gart Hallöchen, äh, Shadow Spider Hallo, hallo, hallo So, fertig Hast du? Ja Zum Glück greife ich noch eine an Tage Obwohl ich auch sagen muss, dass dieses Phänomen mit den, ähm Mit den Leuten, die Unfug quatschen und so Eher, ähm Schon eher bei, bei Twitch vorhanden ist Anstatt bei, äh, anderen Plattformen, finde ich Weiß nicht, ob das schon mit der Größe zusammenhängt, oder Ja Definitiv Ich bin mir gar noch nicht so sicher Desto größer die Plattform, desto mehr Besondere Leute sind oft, sind unterwegs Das kann man ja noch Oder, desto mehr, äh, von Gottes eigenen Prototypen Was? Von Gottes was? Eigenen Prototypen Okay Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube wir müssen die Sachen abgeben, oder? Ist hier irgendwas? Hier sind Silberblätter drinne Ja, das sollten wir machen Ist dein Ernst? Wo bist du? Greif der mich an? Boah, du sollst ihn doch nicht angreifen Jetzt greifen wir ja noch zwei an Mädchen Boah, Leute, ich block den jetzt mal Der nervt mich echt ein bisschen Zack, jetzt nervt er mich mehr Boah, ich finde echt Leute, die es echt nicht verstehen, ne? Das sind halt Weißt du, wenn man immer Das sind die Leute, die die ganze Zeit Auch im Leben rumlaufen Und die ganze Zeit immer nur Irgendwelche Leute auf die Finger gucken Ob die das richtig machen oder nicht Zu jedem Scheiß in Senf dazu gehen müssen Das ist doch eine Erdwurzel Also ein typischer Deutscher Ja, ein typischer Deutscher, stimmt Oh Mann, ey Lass doch die Leute das machen, was sie wollen Vor allen Dingen Wenn das jetzt hier so mit der Just Chatting Kategorie, ne? Guck dir mal die ersten zwei Just Chatting Sachen an Oder die ersten drei, vier Da siehst du so viele Leicht bekleidete Damen und Herren Die von ihrem Leben erzählen Und gleichzeitig auch irgendwas spielen Und es steht auch im Titel drin, was wir machen Wir quatschen halt und spielen World of Warp Das ist doch das beste Spiel Wo du halt zeitgleich irgendwas machen kannst Ich habe die Kategorie von gestern halt nicht geändert Ich will die jetzt auch nicht ändern Aber wenn jetzt hier 5000 Leute reinkommen Habe ich auch gebocht Das ist doch Dann wirst du es ändern Ich will mich dem Chat aber nicht fügen Kann ich eigentlich gleich wieder Tränke herstellen? Ist gut jetzt Farmspiele Nee, keinem auch, ich habe ihn schon blockiert, glaube ich Oh nein! Du wirst sterben! Ich wirst sterben! Also, die Hygiene Wo hast du das? Doch, bei denen Boah, wie mir immer noch 7000 bis zum Levelaufstieg fehlt Hurra Ich hatte ihn auf jeden Fall bei Restream Aber jetzt auch bei Twitch Jetzt hast du Vor allem, was hat er am Ende noch geschrieben gehabt Von wegen mit den Hatern und so Was denn für Hater? Dann wirst du auch an Hater kommen Man wird auch Egal, wenn du größer wirst Du hast immer Leute, die In deinem Kopf halt nicht früge sind Aber das generierst du doch nicht darüber Wenn du in der falschen Kategorie Falschen Kategorie streamst Das finde ich irgendwie schwachsinnig Sag doch, dass du am Kämpfen bist Ich bin am Kämpfen So, jetzt lasse ich es auch Danke Zumal er ja, wenn ihm das nicht gefällt Einfach weitersehen Ja genau, er ist ja nicht zum Weitersehen gezwungen Man kann ja da doch einfach weggehen Nein, das geht nicht Man muss kritisieren Ja wirklich Das ist wie Leute, wenn du einen Rechtschreibfehler Gestern hatte ich Quetschen geschrieben Anstatt quatschen Und Chris kam bestimmt 5000 Mal hier in den Raum Und meinte Du hast einen Rechtschreibfehler in deinem Titel Ich so Ja mein Gott Riech dich doch nicht auf Das sind echt so Leute Die sich da die ganze Zeit immer über irgendeinen Schein Was? Du hattest einen Rechtschreibfehler drinnen? Oh, das ist angehende Deutschland Einen Rechtschreibfehler? Und mich kritisieren letzte Woche Ich hab einen Rechtschreibfehler drinnen Ja, ja Hattest du? Ach ja, hier in unserem Gilden Ding Ja Wie kennst du denn aus? Ne, aber manchmal finde ich das echt so ein bisschen übertrieben Lass die Leute doch machen Vor allen Dingen frage ich mich halt auch bei Twitch, ne? Diese Just Chatting Kategorie Die ist ja eh weit definiert Also Wir quatschen ja jetzt aus Oh, es ist halt nur quatschen Und bei WoW rumrennen Also vor allen Dingen Ich verstehe halt nicht Warum guckt man sich das an? Also was hat man davon? Ich weiß auch nicht Warum soll man Ich kann damit überhaupt nichts anfangen Mit Just Chatting Das ist so Ich sag mal so ein Sektor Der mich eigentlich gar nicht interessiert Ja Wenn ich zu Twitch komme Und ich such jetzt Also wenn jetzt keiner meiner Streamer online ist Die ich gerne gucke Zum Beispiel du Du bist ja meistens Ja auch nur nachmittags Und dann spielst du mal ein Spiel Was ich nicht gucken möchte Kommt mir mal auch vor Fickst du ein Beispiel oder was? Ja? Zum Beispiel Oder wo du im Urlaub warst Und dann gucke ich mal In eine Spielekategorie Zum Beispiel Ich sag mal Was mir jetzt so einfällt Das habe ich gesucht Baphomets Fluch Oder Baphomets Fluch Wie man es halt ausspricht Und da habe ich dann halt Diese Grundschullehrerin da gefunden Die seit 2015 streamt Das ist doch cool War auch nett War mal was anderes Es ist halt die Möglichkeit Du kannst ja einerseits Über die Kategorie Sprich Du interessierst dich Für World of Warcraft Dann sagst du Okay ich such bei World of Warcraft Du gehst bei World of Warcraft rein Und siehst da Oh da streamt jemand Der spielt World of Warcraft Dann interessierst du dich Schon mal fürs Spielen Dann guckst du dir die Leute an Und guckst natürlich Oh wie gefallen mir die Sind die unterhaltsam Haben die einen gleichen Humor Wie ich Und dann gibst du denen Vielleicht ein Follow Und guckst halt noch länger zu Es gibt aber auch die Möglichkeit Wie zum Beispiel Bei Just Chatting Einfach reinzugehen Und zu gucken Oh wer ist denn da alles so online Und dann siehst du halt Oh der ist lustig Und oh guck mal Der streamt auf World of Warcraft Naja dann gucke ich da halt zu Weißt du Da braucht man aber nicht immer Diese kleinen Heinrichel Die da reinkommen Und sich da übelst aufregen Und rumnerven Doch 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 Aber gibst denn bei Twitch So was wo steht Dass du unbedingt In der richtigen Kategorie Streamen musst Also wer definiert dann richtig Und wer definiert falsch Und ich mein Wenn ich keine Kategorie einstelle Ist es dann auch falsch Ich glaube es geht gar nicht Dass du keine Kategorie einstellst Doch man kann auch glaube ich Gar keine Kategorie einstellen Wenn ich gar nichts reinschreibe Das kann ich dir gar nicht sagen Habe ich noch nie probiert Muss ich ehrlich zugeben Dann frage ich mich auch Wie die Leute einen finden Sei sicher Ich meine man will doch natürlich Als Streamer sich auch irgendwie Von der Masse abheben Und da wurde mir Von einem größeren Streamer gesagt Man soll Just Chatting nehmen Weil man da halt im Rang Schneller nach oben geht Weil du halt Also ich habe halt gesehen In Just Chatting Waren so 3-4 Streamer drin Die hatten so 1200, 400, 500 Viewer Und dann darunter gab es so welche Die hatten 25, 13, 12 Weiß was ich was Wenn ich jetzt bei 5 bin Dann bin ich natürlich Im Ranking viel höher Als zum Beispiel bei World of Warcraft Wo alle irgendwie Nur 5, 6, 7, 8 Zuschauer haben Weißt du Dann bin ich da ja ganz unten Und irgendwie muss man sich Ja so ein bisschen Von der Masse abheben Darum finde ich das halt So ein bisschen schwierig Ja das ist Ansichtssache Finde ich Das ist Ansichtssache Zum Beispiel WoW Okay Das ist natürlich ein Spiel Da wirst du unheimlich schwer gefunden Ja Weil das einfach so viele Spielen und streamen Dann gibt es natürlich so Spiele Ich sag mal Pokémon Gelb Was ich ja gestern gemacht habe Oder das am Freitag Das Spiel Okay Da würde ich vielleicht Eher in die Kategorie Mit Just Chatting gehen Weil Wer sucht schon das Spiel Ja Das ist so ein Spiel Ein Nischenspiel Sag ich mal Hast du es angenommen? Achso ja Ich habe einfach alles angenommen Was ist denn Silberblatt drauf? WoW Okay Da kann man auch Braucht man Ob du es jetzt mit Just Chatting machst Oder mit WoW Man kann es sich ja halt auch ausprobieren Aber ich finde es halt irgendwie nervig Wenn den Leuten Du bist ja der falsche Kamiko Wer definiert dann richtig oder falsch Das finde ich halt so ein bisschen Schwierig Das ist doch die Leute einfach nur noch mal zu wollen Ich meine Wenn ich jetzt zum Beispiel World of Warcraft spiele Und Apics drin hätte Dann würde ich das ja verstehen können Dass ich das Vielleicht Umstelle Weil Ich halt ein anderes Spiel spiele Aber wenn du halt Wenn du halt jetzt das nur spielst Und dann bei Just Chatting Du kannst doch hier Basteln machen Schließlich stellst du ja auch Kleidungsstücke und sowas her Ist ja auch Basteln Ja Du Ich bin mal kurz Kurz Unterbrechung Weil wir ja gerade so im Örtchen sind Würde ich sagen Kannst ja weiter unterhalten Ich bin gleich wieder da Okay Dann fliege ich glaube ich nach Under City Und gebe was in Dings ab Nach Under City Oder? Soll ich da nicht hin? Da bist du ja in 20 Minuten noch nicht wieder hier Na klar Okay Werden wir sehen Obwohl warte oder Ja geh mal ruhig Ich überlege ob ich woanders bin In Ocrimar ist ja auch die Bank Da kriege ich halt auch Ocrimar Ah genau Dann gehe ich nach Ocrimar Wollte ich auch wegen den ganzen Berufelehrern Ja 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 Jetzt willst du auf einmal mitkommen oder was? Na Zumindest schon mal die Richtung fliegen Dann spare ich doch Zeit Ja ja Bis gleich Bis gleich Keimorg Was hat dir denn der Der Farbenspiele? Was wollte er denn jetzt noch von dir? Wollte er seine private Nummer Damit er dir eine Pia schicken kann? Oh ich bin heute so richtig arschig Merke ich Ich bin eigentlich nicht so arschig Aber heute bin ich irgendwie richtig gemein Ach nicht wieso Die liegt glaube ich am Montag Ich könnte ja auch rein theoretisch In meinen Titel rein Montagsquatschrunde Ich glaube wenn du quatschen Drinne stehen hast Im äh Im Titel Dann sind die Leute wahrscheinlich Nicht so feindselig Dir gegenübergestellt Wenn du in der falschen Kategorie streamst Oder ich schreibe rein In den Titel Achtung Falsche Falsche Kategorie Kommt alle hier rein Und regt euch auf Vor allen Dingen Er sagt Er hatte ja irgendwie geschrieben Ja Dann holst du dir ja auch die Hater Ja aber er ist doch dann einer Er definiert sich ja dann genau darüber Oder? Oder sehe ich das falsch? Ich weiß nicht irgendwie Manche Leute Ich hab dich über Spiele gefunden Sehr gern Aber folge und unter Stütze hauptsächlich Deutsche Stürmer Ah ok Schau mal in Discord Ist zu viel in den Chat hier Das hast du mir in Discord geschrieben? Aber Shadow Spider Du guckst ja auch ab und zu Bei anderen Spielen mit rein Oder? Glaube ich Aber es ist cool Wenn du mich über World of Warcraft Verkommen hast Das freut mich Aber beim Mixer Ist das eh nochmal Eine ganz andere Sache Als bei Twitch Gefunden zu werden Twitch ist halt Unendlich riesig Und Mixer ist dagegen Ja noch In den Kinderschuhen Würde ich meinen So Wir essen mal Eine Mandarine Seitdem die Leute Die gerne Mandarinen essen Ich finde Mandarinen Irgendwie Eklig Weiß nicht Aber die Und ich halte sie mir auch nicht so dicht Vers Auge Nicht dass die hier rumschrauben Oh sauer Soll ich's mal in Discord angucken? Ich glaub den hat man jetzt mehr von Ich bin wieder da Gott 3000 Mal husten Soll ich gesagt Hörst du mich? Normalerweise solltest du mich hören Du ich hör dich ja Gut Ich lese so gerade was der Was der Keimox sich unterhalten hat Viele Oh Mann ey Ich glaub der Wein war so ein wichtiges Tier Solche Leute hast du leider auch viel zu oft Soll ich die Kategorie ändern Damit ihr alle glücklich seid? Nein Gute Leute Also es ist ja keiner mehr drin Aber ich mach das jetzt einfach Damit wir uns in Ruhe haben Kakuta Also ich suche eine Wache Wo ist hier eine Wache? Was? Aber ich werde es trotzdem immer am Anfang so einstellen Weil wir eigentlich Am Anfang machst du es ja auch Genau Eigentlich hätten wir mich heute auch ein bisschen länger gequatscht Aber dadurch dass Also ich mach das eigentlich immer so Dass ich 10 Minuten laufe lassen Mein Stream Und dann nochmal so 10 Minuten Viertelstunde quatsche am Anfang Aber dadurch dass Hiro halt schon im Discord war Wollte ich ihn natürlich auch nicht warten lassen Du hättest du ruhig machen können Nee Und dann dachte ich so Ach scheiße Ich geh jetzt schon gleich rein Und dann hab ich die Kategorie auch wirklich Und dann quatschst du mich vor Und ich hör dich einfach nicht Ja Du hast mich wirklich nicht gehört Shadow Spider Deshalb sehe und bin ich auch nur X Vielen hier ist Twitch Auch zu überfüllt Das finde ich auch Ich muss Ah guck mal an Ich muss langsam wirklich sagen Ja es sind so viele 1s 2s Unglaublich Ja ist krass ne Wenn man es erstmal sieht Dann weiß man Oh ok Das machst du mit V Zum Beispiel Nee also ich finde auch Dass Twitch halt ein bisschen Zu überfüllt ist Muss ich sagen Also auch wenn du als Streamer Anfangen möchtest Hast du halt bei Twitch Wenig Chancen Du hast als Frau Schon mehr Chancen Als Männer Aber wenn du eine Frau bist Die halt Boah das klingt so böse Und ich will es jetzt auch nicht sagen Aber wenn du halt Nicht ganz so Weiblich aussiehst Nicht mega die fetten Titten hast Und halt nicht so mega dumm bist Dann hast du auf Twitch Halt nicht so dumme Chancen Trotzdem ist Als Frau Ist egal Hat sie immer noch bessere Chancen Als Männer Das habe ich ja auch gerade gesagt Als Mann hast du es glaube ich Noch mal schwieriger Weil die meisten Männer gucken Bei Frauen rein Genau Wenn du halt eine richtig gut aussehende Frau bist Dann hast du halt Extremst leichte Vollmer Und wenn du dann In der Just Chatting Kategorie Streamst Dann wird da keiner Einkommen und sagen Weißt du übrigens Dass du in der falschen Kategorie Streamst Sondern der sitzt da eher Und hobelt Späne Würde ich meinen Das war noch lieb ausgedrückt Der hobelt was? Der hobelt Späne Wenn du mir jetzt noch erklärst Was das heißt Der hobelt Späne Hey Hero komm Das ist eine Metapher Das wirst du doch sprechen Achso du meinst das als Metapher Du meinst zum Beispiel An der Palme wedeln Genau Oder Ein Zelt bauen Ein Zelt bauen Viele vergessen das umstellen Und da meckert dann auch keiner Wer was sagt Der kommt eh nur zum meckern rein Genau Also es gibt auch viele Leute Die halt einfach Zugucken Und halt nie was schreiben Oder nie was sagen Aber trotzdem halt immer Zuschauer sind Die halt wirklich gerne zugucken Und Sich vielleicht auch ein bisschen Daran bewustigen Was da halt so Im Chat so los Was da so los Ist Oder Um was sich da alles so dreht Aber die würden halt nie Auf die Idee kommen Irgendwas zu schreiben Und dann gibt es aber auch so Leute Die halt Ganz normal sich unterhalten können Im Chat Und die sind auch super Also da bin ich auch super dankbar drüber Aber dann gibt es halt so manche Da denkst du dann so Jetzt ist aber auch mal Schluss Also gar nicht unbedingt welche Die halt immer So bösartig irgendwas schreiben Sondern es gibt auch manchmal echt welche Da denkst du Also was halt wirklich so Unter die Gürtel hier geht Die halt nur so sexuell irgendwie Weiß ich nicht Also es ist sehr schwierig Es ist halt Es ist eine Plattform Wo viele anonym sind Und wo viele halt Gerne Sachen schreiben Und es gibt zum Glück Die Plattform Oder die Plattform ermöglicht es Zum Glück Dass du halt Leute auch bannen kannst Obwohl ich da eigentlich auch Nicht so der Fan von bin Weil Ich weiß nicht Jeder soll ja auch Das schreiben was er schreiben darf Oder soll Oder möchte Oder will Aber Irgendwann ist auch mal Schluss Mit lustig Nein Nein Ach muss dann Hä wie muss ich das nochmal anklicken Achso Ich möchte meine Flip Distel wieder verkaufen Flip Distel Verkaufen wir immer nur eine Was Dabu Dabu Heißt auf Wiedersehen Sorgisch Oh der Chris kommt nach Hause Gibt's heute wieder Pizza Oder gibt's heute Nudeln bei dir Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung was erfeuern wird Ich brauche Wolle Ich brauche Wolle Ich brauche Wolle So Dann machen wir das mal Dass wir diese Sachen hier alle verkaufen Und zwar für einen richtig guten Preis Und zwar 39,21 Kiro Brauchst du sowas 39,21 Was denn? Flitztiefe Und brauchst du für einen Flitzetrank ne? Hurtigkeitstrank 51,6 Was? Für was brauche ich das? Für einen Hurtigkeitstrank Echt? Ich habe Ich kann es noch nicht aufsagen Ja dann musst du das Rezept haben Für Ja Anscheinend Und das kriegst du entweder nur Vom Auktionshaus Oder durch eine Quest Oder durch einen rein Zufall Empfinden Hallo ich möchte erstmal noch nichts essen Ich sage dir dann nachher Bescheid Was? Ja ich habe ja Mandarine Mandarine Ich habe zwei gegessen Ich habe dann auch noch mehr Hunger gehabt Ich gehe kurz mal Hallo sagen Glaube ich Ja dann geh doch Oh ich kann auch noch Talente abgeben Okay ich komme gleich wieder Leute Talente? Ah ja genau Ich bin gleich wieder da Wir machen eine kurze Pause Einen Moment Aber ich bin noch da Der Hero wird euch unterhalten Dann soll er mir was zu essen vorbeibringen Okay Wer der Hero? Ich sag dem Christenstatt Ich soll der Hero dir was zu essen vorbeibringen? Das könnte dauern Ja das dauert noch nicht Okay bis gleich Arrivederci So Wo muss ich denn jetzt hin? Wo will ich hier eigentlich hin? Kraft und Ehre Das habe ich gemacht Das habe ich gemacht Ne ich wollte keinen Beruf So kämpf denn wohl Ich wollte eine Klasse Wo ist denn hier mein Priester? Lehrer Kraft Im Tal der Geister Da lauf ich doch mal hin Ins Tal der Geister R Ich bin jetzt dran vorbeigelaufen An der Abzweigung Oh mein Gott Wie komme ich denn da jetzt? Hoch? 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 Hoch Ich bin wieder da Hallo Ich bin wieder da Ich war doch gar nicht weg Doch ich war weg So Das hat mir übrigens ein sehr leckeres Ohne Werbung zu machen Vegetarisches Mühlenwürstchen Ist doch sehr hoch Schmeckt sehr lecker So Du kannst gerne an meinem Würstchenblecken Wenn du jetzt An deinem Würstchen Das war ein vegetarisches Oh mein Gott Also jetzt hast du mich verwirrt Als wenn du ein Würstchen hast Ja ich habe aber nur ein vegetarisches Oh ich höre gar nichts ey Durch die Wutze Wollstoff Brauchst du Wollstoff oder kannst du es verkaufen? Wollstoff brauche ich ohne Ende Scheiße ich wollte es verkaufen Das kann ich alles nicht benutzen Ich finde es immer so lustig Wenn man dann auf den Chat guckt Vom Spiel Tschüss Maddy Tschüss Ja Und dann Liest man Derjenige ist jetzt offline Und dann ist jetzt offline Also doppelt quasi Okay Ist manchmal Manchmal ein bisschen verpackt glaube ich Ne hier ist Erste Hilfe Ne Erste Hilfe will ich nicht Ich bin die lebende Erste Hilfe hier Wo bist denn du hier? Im Tal der Geister Wer ihr seid denn? Okay So Talente Ah Talente mit Ben Oh nein jetzt habe ich meine Leute verkauft Die Talente geben muss Aber hier muss man ja eh Oh nein Ihr hattet mir das ja geschickt War das allgemein im Chat? Wisst ihr das noch? Katzenjammer Katzenjammer Da war doch bestimmt das mit dem Wölgevorkworf Hexenmeister drin oder? Soll ich dir mal gerade Meister Schicken oder posten? Schicken oder posten Hexenmeister Schicken oder? Schicken oder? Oder war das beim Motzen? Aber dann Hetzt Ah ich habe es gefunden Aber danke Okay, was muss ich noch machen? Drei Punkte in Verderben, zwei Punkte in Unterdrückung. Unterdrückung. Dann investiert ihr zwei Punkte in verbesserte Hählendieb. Hählendieb, meine ich. Habe ich nur einen Punkt. Okay, habe ich getan. Ich weiß gar nicht, wo ich in meiner Spezialisierung zum Leveln bin. Von den Talenten. Unter Mod. Ja, danke, Kalmar, kam schon. Schau, ich bin so, du. Aber danke dir. Hier rennt ein nackter, grüner Uga umher. Okay, fünf Punkte da rein. Alles klar. In meinen Zauberstab. Hexenmeister ist doch auch bei dir, ne? Im Tal der Geister. Was ich da vielleicht noch in den Level gucken kann? Weiß ich nicht. Wie komme ich da hin? Ich bin total überfordert. Ich bin verwirrt. Ja, aber Hiro, das habe ich im Nachhinein über... ...Grate hatte. Das wurde mir aber gar nicht angezeigt. Und ich habe davon auch gar nicht... Das wurde im Chat angezeigt. Echt? Im Chat? Habe ich nicht gesehen. Allerdings hatte ich den Sound auch, weil ich am Lernen war. Und dann? Kommt da noch was? Von mir oder von bei dir? Ja, du hattest den Sound an, weil du gelernt hattest. Ich hatte den Sound aus. Und daher wusste ich nicht, ob du das mitbekommen hast oder nicht. Ich habe das mitbekommen, als ich ausgemacht habe. Und bei Tippie schrieben, äh, meine... ...Stand da auf einmal, ja, ein Rade vor 6 Stunden. Und dann dachte ich so, hä? Wie ein Rade vor 6 Stunden? Da habe ich geguckt, von wem? Mit wie viel waren das? Wie viele Zuschauer? Neun. Und dann dachte ich so, neun. So, wo wollen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Oh, warum sind denn Mandarinen f***t noch mal sauer? Äh, ich hatte heute 2 Stück gegessen. Oh, die waren jetzt richtig lecker süß. Okay, Keimer, habe ich also richtig gemacht, ja? Was freut mich? Oh, meine sind irgendwie sauer. Ich weiß auch nicht warum. Oh, hey, sauer macht du dich. Hallo, Hiro. Ich dachte, dass man da noch auf Lernen klicken muss. Ne, ich glaube, die vergibt man einfach nur so. Ich bin hier doch gar nicht richtig. Hier muss ich doch gar nicht hin, Hiro. Warum gehst du denn da hin? Ich muss doch irgendwie... Muss ich nicht in die Gasse oder Tal der Weisheit? Wo muss ich denn hin? Frag doch mal ne Wache. Na du, komm mir mal... Pass mal auf, ja? Entschuldigen Sie mir bitte, können Sie mir mal helfen? Locker. Gilden Meister? Der Gilden Meister. Der steht hinter dir. Ist das eine Klasse oder ein Beruf? Eine Klasse. Kalmorg, ist dein Ernst, dass du gerade in den Chat schreibst, da wo Ragefeier ist? Kalmorg, du solltest wissen, dass sie das nicht weiß, wo Ragefeier ist. Wo soll ich das denn her wissen, bitte, ja? Was bin ich für ein Hexenmeister, Wimps, ne? Ja. Haben wir uns nicht gerade erst von der brennden Legion befreit und schon lasst ihr euch wieder mit Dämonen ein? Die Darkfire, Endgrave, ist in der unterirdischen Höhle namens Kluft der Schatten zu finden. Von der Gasse aus füttend wunderschön unter. Stimmt, ich habe auch schon bei Apex zugesehen, obwohl ich kein so großer Fan von PvP bin. Aber Shadow Spider, World of Warcraft ist PvP, oder? Ich zocke eher Rollengames und habe da einen sehr engen, langjährigen Freundeskreis. Aber die Leute, die du dabei hast, sind echt in Ordnung und ihr spielt als Team echt gut zusammen. Weil, findest du bei Apex, das freut mich. Also, wenn ich deine Streams mit Apex geguckt habe, das war eigentlich nur ein Rumgeschreie und total planlos. Dass du manchmal Champion wirst, das kam mir immer so als reiner Zufall vor. Aber bei Apex ist es halt auch echt schwer zu spielen. Und Rose, Diadem, Diadem, dadadada, ne? Vielen lieben Dank für dein Follow. Und wie war Vibor? Hat es spannend gemacht? Hast du es gespielt? Oder bist du noch nicht so reingekommen? So, und jetzt gönne ich mir ein vegetarisches Prost. Oh Mann, Frauen. Nur mal ein kurzes Hallo von mir. Ein langes Hallo von mir zurück. Hallo. Hat sie mir das jetzt mal kitt, wo ich hin muss? Ja. Also ich muss zur Gasse und dann da unten rein, ja? Okay. Ein Sterben nach dem anderen. Das glaube ich. Man muss da halt echt reinkommen mit den Waffen. Also Vibor ist halt wirklich, ja, das ist eine Steuerung für sich, würde ich meinen. Aber wir haben es ja auch mittlerweile geschafft, dass wir so den ein oder anderen mal abknallen. Aber, hm. Hm, es hat noch sehr viel mit Glück zu tun. Ach, ja, Shadow Spider, stimmt. PV, äh, du kannst heute Warcraft ja auch auf PvE spielen. Das stimmt. Hiro, postest du echt einen Multistream einfach in mein Ding rein? Schämst du dich gar nicht? Werbung einfach für deinen Stream zu machen? Wieso? Das ist für unser Bio-Stream. Ist ja nicht für meinen. Allgemein. Vielleicht gibt es ja Zuschauer, die beide Seiten sehen möchten. Nein, nein, nein. Das würde ich nicht empfehlen. Naja, vor allen Dingen meine hässliche Fratze, wer will das schon sehen? Wundert mich, dass meine Frau mich so da tragen kann. Oh Gott, Hiro, bitte. Ah, das sieht aber lecker aus. Dankeschön. Was? Was sieht lecker aus? Das Würstchen? Nee. Das schmeckt auch gut. Mein lecker Schwarzbrot-Sandwich. Hm. Hm. Von meiner Göttergattin. Was? Wäre das so weiter geradeaus gelaufen, dann wäre da noch eine Höhle. Zum leeren Kontrollnertal. Glaube ich falsch? Ich laufe mit den langen Weg. Ich folge dir einfach. Gross schreibt übrigens noch, ich laufe meistens mit der Thompson umher. Und meine Gegner haben immer SKS oder so. Ja, das ist am Anfang öftermals so. Und umso höher du wahrscheinlich auch im Häuserlevel steigst, desto öfter kann es vorkommen, dass die Leute dann halt auch Aux und so haben. Also am Anfang hat man halt kaum was. Also wir sind am Anfang auch mit Shuttgarn und Thompson rumgelaufen. Das ist dann erst im Nachhinein besser geworden, dass wir auch bessere Bauteile gekriegt haben. Kalmok? Sollen wir hier die Quest abgeben? Oder sollen wir das machen, wenn wir dann irgendwann zusammen in Ragefire gehen? Man kann auch Seelensteine herstellen? Wie cool ist das denn? Flucht der Pein. Er flucht das hier mit Pein und flucht 24 Sekunden. Was? Kannst du? Ich kann das? Mit dem Seelenstein, den du herstellst? Ja, was kann ich damit machen? Kannst du dich selber wiederbeleben? Ich kann mich selber wiederbeleben? Ja. Und auch andere, wenn du denen die Seele gibst, sozusagen. Oh mein Gott, wirklich? Wie schön ist das denn? Ich glaub, ich mach mir morgen mal wieder ein Mettbrötchen. Das klingt doch nach einem Plan. Sengender Schmerz. Äh, den Soul Stone gibt man meistens dem Lila. Näh. Nicht bei uns. Näh, näh, näh. Das fangen wir gar nicht an, hier. Näh, näh. Flucht der Pein. Warum hab ich denn das noch nicht bei mir reingepackt? Ist das unbrichtig? Oh nein, wo hab ich's denn gemacht? Nein! Wo hab ich das andere hier hingemacht? Ich bin von den Verlassenen. So, ne? Ach siehste, ich hab mir noch gar nicht so einen Kotzbrocken hier hergestellt. So einen Gallenstein. Ich finde ja, dieser Gesundheitsstein sieht aus wie so einen Gallenstein. Oder Nierenstein oder so. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bin von den Verlassenen. Doobidooi, choobidooi. Mh, lecker Wollstoff. Soll ich dir so einen Sehenstein, Herrstein hier rum? Nö, brauchst du nicht. Hm, das ist eigentlich der Popel von deinem... Sieht wirklich so aus, ich schwör's. Kann ich nicht zwei herstellen? Was heißt nicht modifiziert? Herr, hast du den jetzt nicht genommen? Doch, aber es gilt nicht. Ich hab den aber noch bei mir. Aber wer ging das denn jetzt nochmal? Ich mach das so selten. Meistens stell ich den Sehenstein nur für mich her. Kein Mock. Weißt du noch, wie das geht? Mein Highlight war... Als ich einen mit der ADR von hinten erwischt hatte. Und als ich den gelootet hab, war einer... ...mit der AUR Sniper im Busch. Und... Ja, das hast du oftmals, dass sie sich da verstecken. Aber ich mach jetzt nochmal ein paar Runden. Viel, viel Spaß. Vielen lieben Dank. Dir auch noch viel Spaß, Rose. Und ähm... Übung macht den Meister. Das klingt böse, aber... ...ist wirklich so. Bei Viva brauchst du echt... Was? Und... Achso, auf jeden Fall an den Schießstand gehen. Das ist auch nochmal wichtig. Ist seelengebunden. Rechtsklick? Wie rechtsklick? Rechtsklick auf den Soulstone und... Nein, da steht aber, dass ich an... Das klappt, glaub ich nicht. Klicke mich an und erstelle den Seelenstein. Ich hab dich doch schon angeklickt, ja? Siehst du mich jetzt oben? Ja, aber warte mal, guck mal. Ich hab zu viele Exponate steht, ja. Aber mein Kopf läuft. Ja, weil du für dich selber einen hast. Drück mal drauf. Mit rechtsklick? Ja, dass du ihn verwendest, sozusagen. Dann steht da Seelenstein auferstehung. So, ich hab jetzt 30 Minuten Auferstehung. Das heißt, wenn ich innerhalb der 30 Minuten sterbe, dann... Kann ich, wie ich da ein Bild angezeigt, entweder sofort mit den Seelenstein verwenden, oder... Ach so... Ihh, das ist ja topft hier. Das ist ja blöd. Ich dachte, ich kann dich richtig wiederbeleben. Also muss ich das immer... Das ist richtige Wiederbelebung, kann man sagen. Für 30 Minuten immer wieder herzaubern? Ja, man muss natürlich gucken, wann braucht man das wirklich, wenn man eine Instanz geht, oder sowas. Dann wäre sowas ein Vorteil. Und ich kann denn jetzt selber 3... 29... Also ich hab jetzt... Also ich hab jetzt den Schutz 30 Minuten. Kann ich mir die Dinger selber per Post schicken? Nein. Fuck. Schade. Weil die hören auf zu wirken, wenn du offline gehst. Mit dem Charakter. Das Teil macht meistens nur in der Innocent. Ja, stimmt. Okay. 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 Gut. Zum Beispiel, wenn wir in Ragefire reingehen. Oh, der Löwen stärker. Löwen stärker. Stimmt. Geben geht bei Seelen gebunden. Das stimmt nicht. Aber wir müssen ja auch... Also ich muss erst noch einiges lernen. Ich hab das hier... Ich bin da... Also Hexenmeister hab ich noch nie gespielt. Das ist alles noch neu. Es ist alles noch neu. Ja. So. Warum folgst du mir jetzt hier in deinem Zeit? Weil ich hier durch bin. Und dann kann ich mir Ruhe essen. Ach so. Die löst... Läuft du mir einfach nach? Hm. Hm. Schweinerei! Wie kannst du sowas tun? Ich würde draußen in Ogrima eigentlich gerne nur noch ganz viele Wildschweine töten, damit ich Eberfleisch... Und dass ich meine Kopfkunft vorantreiben kann. Falls das für dich in Ordnung sein soll. Wenn nicht, dann würde ich es trotzdem machen. Du machst du eh, was du willst. Kochkunst hab ich nämlich erst auf 20 nur. Kann, äh... Kein Ding. Jeder fängt... Und, äh... Fängt klein an. Das stimmt. Und jeder muss auch lernen. Und man lernt auch nie... Verlernen ist ein wichtiger Prozess im Leben. Manche lernen nie. Wie der eine vorhin bei uns im Chat. Oh nein, wir laufen wie die Wand. Aber nur, weil ich eine Mandarine dann abmache. Oh nein, da ist jemand vom Himmel gefallen, hast du es gesehen, hier hoch? Aber eigentlich finde ich das cool, dass man bei World of... ...Kart hat, dass... ...spieren kannst. Es ist aber nur in manchen Situationen echt bescheiden. Wenn man zum Beispiel streamt und der eine einen laufend tötet. Hier, Ru, wie lange machen wir heute eigentlich? Ich sag mal so, äh, 10, Viertel nach 10, halb 11. Okay, das fehlt nach einem. Sehr gut, danke. Warum sind hier so viele Tote? Warum liegen wir? Warum ist... War wahrscheinlich gerade ein Angriff auf Ogrimma. Ach du Scheiße. Oh, ähm, geht. Warum sind vor und zu... Leute? Die haben Ogrimma verteidigt. Und Spaß? Wirklich? Ja. Wrennen die jetzt alle wieder hin? Wow! Wie cool! Ich bin mitkommen. Könnt ihr mal alle nicht so lang... äh, schnell laufen? Ich glaub, das möchte... Jetzt kommen sie wieder. Hallo, hallo, hallo! Da hat wohl einer entschieden. Wir machen doch was anderes. Guck mal, da liegt jemand. Können wir den Tee beulen? Weil der. Komm, wir Tee-Tee-Beutel den. Haha, du hast verloren. Hihi. Sogar der hat was gelernt. Wenn... äh... Der Mauten... Der Mauten... Der Mauten da. Böbel. Ja, manche Leute können echt extremst gut nerven. Das stimmt wohl. Oh nein, das Wildschwein tötet mich. Es ist gestorben. Oh nein, Hiro, kannst du das jetzt nur... Ja. Geh raus aus meiner Gruppe. Ich möchte Wildschweinfleisch. Na, nix. War nur Eberhauer drinnen. Okay. Summer Gruppe hat. Luch der Pein. Oh, ich hab Felshauerhof entdeckt. Ich auch. Ein Schweinchen. Oh, bist du auch ein Schwein? Ich hab keine Alis gesehen. Ich sag no. Oh Gott, ich will gar keine Alis sehen. Ich soll mich hier anruhe lassen. Da drinnen sind Schweine. Schwein, Schwein, Schwein. Schwein, 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 Schwein. Oh, ist denn da viel Schweine? Ein Silberblatt. Ein Silberblatt. Das hat mich verschluckt. Tu was, ich werde von einem alten Schick gegen Eber angegriffen. Du musst mich retten. Du sengl, der Schmerz. Oh nein, Lüte ist schnell. Ich hab Überfleisch, haha. Oh, kannst du mir was geben? Was muss ich mir noch überlegen, wie lieb du zu mir bist? Ich will immer los. Durch und durch. Wir können ja gleich zurück. Ich weiß nicht, ob du nur lieb zu mir bist oder nur Mitleid hast. Hä, Mitleid? Was ist denn Mitleid? Warum sollte ich jetzt Mitleid zu dir lieb sein? Ich würde auch gar keinen Sinn machen. Na doch. Na doch. Ah, mein Kopf juckt. Das ist meine Friedensblume. Verpiss dich. Geh weg. Das ist meine. Hau ab. Der spinnt ja wohl. Kann ja nicht einfach meine Friedensblume klacken. Ich glaube, der sucht irgendwas. Ja, meine Friedensblume. Naja, der war ein Jäger. Der wird garantiert kein Kräuter Eichi machen. Doch. Bestimmt. Kannst du mir das Fleisch gleich geben? Und da hinten ist noch einer. Ja, da hast du noch eins. Wir können ja dann wieder zurück. Mal gucken, wo wir im Brachland noch hin müssen. Oder hin können. Ja, ist ja nur, äh, kann. Keine muss. Magst du mir Fleisch geben? Fleisch? Oh, das muss ich mir noch überlegen. Fleisch? 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 Ich gebe dir auch das hier. Dieser Tausch war schlecht. Jetzt habe ich sieben Fleisch. Cool. So, dann gucke ich mal auf die Map. Auf die Map. Sieben Fleisch? Also, offene Quests haben wir jetzt hier nicht. Nee, wir gehen noch wieder zurück. Wo ist denn dein Ruhestein? Sieht man, wo der ist? Ja, der ist im Grabmal. Ich habe den nicht, äh... Grabmal ist, glaube ich, noch gut, oder? Grabmal ist ja... anderer Kontinent. Mist. Okay, dann los. Na komm, gehen wir zu Fuß. Wir haben noch eine Quest zum Abgeben in... oben, an der Grenze zur Eschenvale. Okay, dann tun wir das. Wenn wir Schweine sehen, dann schreit. Ich sehe die ganze Zeit eins in der Cam. Was? Ich sehe die ganze Zeit eins, wenn ich in die Cam gucke. Hahaha. Oder meinst du mich selber? Ja, ich meine mich selber. Ach, Quatsch. Ich gucke doch nicht deinen Stream an. Ich bitte dich. Echt nicht? Ich habe deinen Stream nebenbei laufen. Ich deinen auch. So ist es nicht. Aber ich gucke auf meinen Streamlabs, ob das alles funktioniert. Und auch deinen Chat, den behalte ich auch im Auge. Nicht, dass Kalmok wieder ganz gemein zu dir wird. Kalmok ist immer richtig fies zu mir. Scheiße. Und das muss ich unterstützen. Nein, ich brauche doch einen Seelenstein. Sag das doch. Kriegst du von dem eh nicht. Ach, stimmt. Hä? Oh, oh, nein. Hau ab, hau ab, hau ab. Ein böser Ali ist da. Ein böser Ali. Danke. Was will der blöde Nachtelf? Nichts. Der flirtet mit uns. Tschüss. Und gleich macht er dich kaputt. Der sieht lieb aus. Der hat doch davon gar nichts, wenn er uns... Kann man dem was schreiben? Nee, ne? Na, kann er nicht lesen. Ach, schade. Ich dachte, der hätte das dann gesehen und wenn ich schreibe, da vorne, die warten noch. Ich brauche einen Seelenstein um ein Schweintchen. Wo ist denn der jetzt hin? Hat sich vom Acker gemacht. Gott sei Dank. Hey, Leute, wollen wir mal zum Spaß wieder die Kategorie Just Chatting anmachen? Dann haben wir wieder ein paar Leute bei uns im Chat und können uns wieder über irgendwelche Sachen unterhalten. Ich kann es ja mal zur Abwechslung machen, aber da kommt eh keiner rein. Mach's bloß nicht. Ich habe nicht den Boobie-Bonus. Das wirst du bereuen. Äh, was für ein Boobie-Bonus. Du bist ja gemein zu mir. Ich habe auch keinen Boobie-Bonus. Obwohl, Boobies habe ich, aber das zählt, glaube ich nicht. Ich habe es doch vorhin schon erzählt, dass bei uns auf dem Chat nicht, äh, auf dem Kanal nicht drauf ankommt, wie viel Blüsen man hat, sondern wie viel Blüsen man im Kopf hat. Blüsen im Kopf. Ich habe was für dich. Ich brauche mal ein bisschen wieder Erdkürzen. Hier hast du Silberblatt. Und selten. Liebsten Dank. Was hast du denn für mich? Naja, ich muss mal gerade handeln mit dir. Ne, das finde ich's nicht. Das ist aber trotzdem. Okay, wenn's sein muss. Komm, ist's okay. Schnell hin, 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 hin. Schnell, schnell, schnell. Das hält immer noch aus. Ich habe schon fast gar nicht mehr die Mühe, Bert, ihn anzugreifen. Fast gar nicht Mühe? Ist ja gar nicht die Mühe wert, den anzugreifen. Aber der da, der ist Level 10. Der ist mega stark. Der macht uns platt. Kann ich keinen Seelenstein holen? Nein. Kann man echt nicht? Da kriegt echt keinen von dem. Ist ja krass. Ist ja richtig frech. Ich sag doch, muss mindestens grün. Oh, da unten sind ganz viele Erdwurzeln. Du brauchst Silberblätter, nicht Erdwurzeln. Nee, Erdwurzel auch. Wofür brauchst du Erdwurzel? Du willst dich jetzt hier in den Tod stürzen. Wo sind denn die da? Seht ihr sie? Ich sehe sie nicht. Die sind bestimmt dazwischen. Und da unter uns. Da ist eine, ich sehe eine. Oh, oh. Jetzt sag nicht, du bist nur unten gehüpft. Der hat mich nicht gesehen. Oh, hier ist Bergbau Kupfer. Ja, wir hatten bei uns Bergbau Kupfer. Ich nicht. Hallo, liebes Tier. Das kann doch nur der Rehle sein, der das hat. Das hat mir nichts getan. Erdwurzel. Wo bist du? Zeig dich, du kleine Wurzeln. Wo ist denn die? Ist die nicht drin? Ist die auf der anderen Seite oder was? Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Ey, schreib rein. Minecraft-Level für die... Was? Was für die was? Endernan-Rorde? Was ist das denn? Ich kenne mich bei Minecraft auch nicht aus. Oh nein, greifst du mich an? Es greift mich an! Ich greif dich gleich an. Pass mal auf, du. Es wird mich töten. Hiro! Wo bist du? Wo bist du? Hilfe! 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 Ich heile dich! Deine Hilfe ist verlassen. Weil wir von den Verlassenen sind. Ach. Zum Glück. Zwei Ali wieder am rechten Feuer. Oh, ich kann mal die Sachen nehmen, auch, ne? Möchtest du auch einen Trank? Nö. Ich bin mal ein eigener Trank. Ich hätte dir auch keinen abgeklagt. Ich bin kein Tank, ich bin ein Trank. So, okay, dann gehen wir wieder zurück. Dank für deine Hilfe. Was macht der denn da? Der klettert. Endermann-Rorde? Die ist kennen, haben Spaß. Ich hab keine Ahnung, was wir machen. Minecraft ist auch so ein Spiel, was überhaupt nicht meins ist. Minecraft ist total nicht vorbeigegangen, leider. Aber eigentlich find ich's immer vor... Ich find die Möglichkeiten, die man mit Minecraft hat, cool. Aber so das Spiel, weiß ich nicht. Kann ich... Ich hab's probiert. Zumindest auf der Switch hab ich's probiert. Und das war nicht meins. Hiro, ich glaub, wir laufen an unterschiedlichen... Ich hab mich verlaufen. Hier, wo ich komme, nicht mehr raus. Hilfe! Help! Irgendwo gibt's einen Ausgang. Den findest du schon. Hier hinten komme ich nicht mehr raus, aber hier ist... Nein, da war ein von mir für Klinger. Du warst da schon mal drin. Nein, 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 ich führe noch nicht. Doch. Da warst du sogar schon drin. Da waren wir sogar noch zu viert. Jetzt sind wir nur noch zwei übrig geblieben. Kann ich da oben rum? Kann ich da rauschen? Ja, wahrscheinlich nicht. Folge meinem Punkt. Dann kommst du raus. Die Lustigen holen sie sich aus. Die haben Leuchteaugen. Sind die auch Blitzexten? Ist das nicht nett, dass du mich angemalkt hast? Ja, nicht. Wo muss ich jetzt lang? Hä, muss ich ein ganzes Weg zurücklaufen? Ich dachte, man kommt hier auch raus. Was ist denn das für ein Scheiß? Scheißspiel, ich mach's aus. Ich fasse es nie wieder an. Wo muss denn hier der Ausgang? Wenn Artikel 13 ist, darf man eigentlich sagen, dass es ein Scheißspiel ist? Nee, ne? Darf man es ja gar nicht mehr spielen? Was ist denn eigentlich? Dürfen wir denn alle gar keinen... Weißt du überhaupt, was Artikel 13 ist? Ja. Klär mich doch mal bitte auf. Dann schützt du andere Leute mit... Ich seh schon, wir verstehen uns. Hä, Juro, ich glaub, wir kommen echt nicht mehr raus. Ich darf gar nicht sagen. Musst du den hier immer angreifen? Ja, ich wollte eigentlich auf ihn reiten, aber ist doch in letzter Sekunde zur Seite gegangen. Wie schlafen uns? Welche Leute? Hast du es? Wo müssen wir lang? Wie kommt man nicht mehr raus? Ist hier nicht der Ausgang? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht, wir schlafen überall Leute. Nee, wenn da Leute schlafen, ist da kein Ausgang. Muss doch hier sein. Da bin ich schon überall lang gegangen. Oder muss man nach vorne durch? Ist ja nicht verlassen. Ich bin von den Verlassenen. Nee. Nee, aber wenn Artikel 13 in Kraft... Nein, noch... Artikel 13 ist doch in Kraft. Hm? Was? Bitte? Ist Artikel 13 nicht in Kraft? Was mit Artikel 13? Ist der nicht in Kraft? Ja, er ist noch nicht, er wurde im Glauben... Wie sagt... Verabschiedet? Er kommt doch erst, oder? Da ist ein Marcos Königskraut. Ja, ich weiß. Ich glaub, wir kommen erst nicht mehr raus. Wir kommen nicht mehr raus! Ah, wir fänden schon nen Ausgang. Keine Angst, keine Angst. Denn wir sind von den Verlassenen. Müsst du denn noch weiter Steam-Bio, wenn das so ist? Klar. Gibt's was? Ich auch. Das ist ne Erdwurzel. Die ist doch nicht das vor. Ja, das kann doch nicht sein, dass man nicht rauskommt. Oder kommt man da nur raus, wenn man da... Oh, ich krieg ja gleich voll die Hasskappe. Warum? Komm, wir benutzen den Ruhestein. Nein. Da ist der Ausgang. Da ist der Rechtskirks raus. Ja, ich bin links langgelaufen. Alles gut. Hier ist doch der Ausgang. Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab gesagt, du links langgelaufen. Reich, quitt. Ich hab noch so viele Spiele, die ich spielen und streamen will. Echt? Hast du noch so viele? Ja. Ich find's lustig, dass sie alle dich angreifen. Ja, deswegen greifen sie dich an in dem Moment, wo du es sagst. Guck mal, da ist noch ein Schwein. Oh, guck mal, der sagt sich, äh, die kämpfen in einem Eber, dann kann ich gehen. Ja. Eicht. War nix drin, Hierro. So, jetzt aber ab nach Eschenwehl. Ja, los, zurück. Spannung hier in den Stream bringen. Oh, wer sind sie? Weißt du, was ich letztens gefunden habe? Nein. Eine Tunnelverbindung von Eschenwehl ins Steinkrallengebirge. Echt? Ein Tunnel? Ja. Warum liegt hier ein totes Schwein? Er hat hier ein totes Schweinetudel. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich hab noch eine Erdwurzel gesagt. Oh. Ja, hallo. Wo? Da läufst du. Warum läufst du zur Brücke? Wir können doch geradeaus rüber. Nein, da sind Krokodile. Basilisken. Basilis... Ne, Krokodisken. Krokodisken. Ich esse jetzt mit Bounty. Fui Deivel. Und wo ist meins? Denkst du auch, der kleine Ticke kann wieder drauf verzichten, ne? Ich hab wohl noch einen zweiten hier, aber ich esse jetzt nur meinen einen. Der war heute in meinem Adventskalender drin, den ich selber bestückt habe. Dann war es ja eine riesen Überraschung für dich. Mhm. Eine riesen Überraschung. Wo müssen wir jetzt hin? Nach Ashenvale. Du laufst in die falsche Richtung. Was? Warum müssen wir nach Ashenvale? Zumindest an die Grenze. Okay. Warum? Was machen wir da? Wir haben eine Quest abgeben. Bei Kardrak. Welche müssen wir denn abgeben? Ich hab nichts, was ich abgeben muss. Doch. Nein. Doch. Meldung bei Kardrak. Ach doch. Ja, das hab ich auch. Siehst du, die geben wir doch schick ab. Aber ich glaub, für Ashenvale sind wir noch zu schwach. Aber wir haben ja noch offen offizierte Harpien, verändert Wesen. Ja, wir haben noch ein paar Sachen. Wo läufst du? Kann ich die mal? So. Ich folge dir jetzt. Das läuft gerade nicht, weil ich dir folge. Nein. Nein. Doch. Nein. Jetzt folge ich dir. Bei mir steht, ihr folgt Hildegard. Bei mir steht, ihr folgt Hiro. Das heißt, wir bleiben auch so still stehen. Ach man. Ich möchte... Ah, siehst du, du musst selber laufen. Ja, ich bin faul. Aha. Ich weiß nicht, ich hab schon seit 10 Jahren keinen Simpsons mehr geguckt. Ich auch nicht mehr. Da ist doch irgendwie der Sprecher von Homer Simpson, glaub ich, gestorben oder so. Und da haben sie jetzt einen neuen und das ist nicht so. Keine Ahnung. Ich hab's schon ewig nicht mehr vorgefolgt. Irgendwie seit, keine Ahnung, Staffel 18 oder so. Also, es hat mich auch nicht so, weiß ich nicht, damals hab ich's unheimlich gerne geguckt. Aber mittlerweile, weiß ich nicht. Alles gut. Alles gut. Nein, greif mich nicht an. Fehlt mich, ne? Er hat mich getroffen. Was meinst du, sollte ich die Kategorie bei mir von WoW zu Just Chatting ändern? Ja, mach mal. Probier mal aus. Und dann krieg ich wieder hier, wie hieß er, Farbenspiel? Du bist in der falschen Kategorie. Du bist in der falschen Kategorie. Vorstehe kann ich's mehr. Ich mach das mal Spaß, das sei aber. Ähm. Äh. Ich hab's schon lange nicht mehr gemacht. So. Just Chatting. Oder Just Dance, wär auch noch lustig. Just Dance. Just Dance. Links ist noch irgendwas. Oh nein, was ist da links? Da war auch noch. So. Ich bin mal so frech und hab's geändert. Oh Gott, hast du's wirklich gemacht? Ja. Hast du das jetzt wirklich geändert? Ich hab's geändert. Hölle, brav. Auf deine Verantwortung. Ne, 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 damit hab ich nichts angehängt. Und ich sagte, die nächsten zwei Stunden wird sich nichts bei mir verändern. Äh, Zuschauerzahl. Da könnte ich drauf wetten. Gib an Test-Stream. Kann alles sein und keiner kann meckern. Das wär wirklich ne Idee. Dann lass ich jetzt immer stehen. Ich kann ja mal Test-Classic machen. Einfach Test-Stream-Classic. Können wir dann auch noch meckern? Anscheinend nicht. Bei mir steht jetzt Test-Stream-Classic-Chaos mit Priester und Texenmeisterin. Aber ich glaub, bei Wixxar gibt's auch gar nicht solche Kappen, oder? Wie Just Chatting oder Basteln oder so eine Sachen. Da gibt's halt echt nur Spiele, die du halt spielen kannst. Oder ich hab's noch nicht entdeckt. Das kann natürlich auch sein. Ja. Hey, wir müssen hier ne Quest abgeben. Wir können hier ne Quest abgeben, ja. Hast du sie noch nicht abgegeben? Warum nicht? Was braucht du? Nicht zu fahren. Was? Buh, eben, oder? Ja. Entschuldigen Sie bitte. Wall, hall. Hast du's angenommen? Ja, ich hab die angenommen. Ach, das mit dem Speer und diesen Sachen. Da hab ich mich damals sehr schwer mitgetan. Ich glaub, ich hab dich da auch so ein bisschen in die Irre geführt. Ja, du hast gesagt, ich soll da hingehen, das stimmt aber gar nicht. Mit dem Vazok berichten. Das Speyer, Läufer, Vorhut. Wollen wir die Quest nochmal machen? Muss er denn zurückgehen? Wir können ja auch zu dem Außenposten in Eschenbälle gehen und uns da den Flugpunkt holen und zurückfliegen. Und dann? Da haben wir schon mal einen Flugpunkt da. Nee. Willst du? Na komm. Hab dich nicht so. Echt? Es gibt Musik? Ach, doch. Bei Mixer, doch. Musikstream hab ich gesehen. Da wurde mir einmal was vorgeschlagen, dass da stand irgendeine DJ-in, die da übelst abgegangen ist und Party gemacht hat. Da hab ich so auch gedacht, oh mein Gott. Es soll ja jeder das spielen, was er will, aber ich weiß nicht. Irgendwie finde ich, dass das ein bisschen getrunken ist. Also, weil DJ'n halt auch echt meine Musik ist. Da müssen wir hinlanggehen. Geradeaus. Okay. DJ'n meine Musik, sagt man nicht, ne? Techno ist nicht meine Musik. Ein DJ kann ja alles sein. Ein DJ ist ja auch einer im Radio. Ja, ist das ein DJ? Ja, kann man so, also für wurde das so benannt. Wir sind doch dann auch ein DJ, wenn ich ein-schule und wenn ich mein Mikrofon an- und ausmache. Ich bin jetzt auch ein DJ. Hehehe, ob Gott das will. DJ heißt ja nichts anderes als Disc-Jockey. Okay. Disc-Jockey. Ich hab mein Bounty übrigens schon aufgeessen. Lecker. Kann ich sehr empfehlen. War das ein großes oder ein kleines? Kleines. Kleine Menschen kriegen kleine Süßigkeiten. Boah, ich mag diese kleinen Mars-Minis. Hm. Die ganz kleinen? Ach, du meinst die so richtig klein. Es gibt ja ganz kleine und dann gibt's... Ne, also nicht die ganz kleinen, sondern die normalen. Ich sag mal die kleinen. Ach, die normalen. Die normalen. Ne, nicht die großen, sondern die kleinen. Ne, nicht die großen, aber die kleinen. Ich nenn's mal Mars-Klein. Guck, die hier. Äh, jetzt muss ich dein Stream wieder angucken. Boah, als dass du guckst... Jaaa... Guck mal rechts lang oder links? Warte mal. Ach nee, warte. Ich geh. So, jetzt. Ja, jetzt seh ich's. Ähm, Mikro. Wenn ich so halte, ist es sehr groß. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich kipp eh noch was von dem Mann. Vielleicht mir grad ein. Warte. Sollen wir hier drinnen einmal fragen, ob alles in Ordnung ist? Ja oder nein? Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Hab's gesehen. Ach so. Also du meinst die Größe oder die kleinere? Ja, die Größe als Maß. Ach so. Ach, jetzt haben wir einen Flugpunkt. Bald. Hoffentlich haben wir einen Flugpunkt. Splinter Tri Boston. Hallo, guten Tag. Olvorok. Bist du jetzt schon da? Ja, hab auch schon den Flugpunkt gefolgt. Ja. Ja, wenn ich hier am rumgucken war, klar. Dass du sowas machst. Olvorok. Also wenn der Hexenmeister einem sonst nichts geben kann, das kann er. Unendlicher Atem. Was ich jetzt hier überhaupt nicht brauche. Hat er dir das gegeben? Ja. Der ist dein Arsch. Mir hat er es nicht gegeben. Ja, ne? Ich hab mir jetzt auch nicht hier Seelenstärke gegeben. Deswegen. Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ich will mein Leben zurück. So. Aber wir fliegen dann wieder zurück, oder? Ja, ja. Das ist ja hier noch ein bisschen zu groß für unser Eins. Aber nur ein bisschen. Ich habe eine neue Flugflute. Ich kann auch nur noch vier Quests annehmen. Dann ist mein Questlock voll. Oh, echt? Okay. Ah, ich kann ja mein Schwein braten. Wo gibt es die Feuerstelle? Hier. Was? Wo ist hier? Ach, du bist schon unterwegs, ne? Ah, nee. Ist das hier eine Kochstelle? Da. Ist das hier eine Kochstelle? Da kannst du. Seilf Stück kann ich machen. Kannst du das? Du nötig Kochstelle. Ich gehe mal was verkaufen gerade. Wenn mal schon. Das ist keine Kochstelle. Versuch doch mal hier an so einem Ding. Und da nach vorne. Benötig eine Kochstelle für eine Kochstelle. Ich könnte mir selber eine Kochstelle bringen, aber ich will nicht. Ach, guck mal. Ich habe sogar noch einen Wurtigkeitstrank. Oh, ich kriege Schaden. Warum tust du dir das nur an? Pipi. Die Katze macht Pipi im Hintergrund. Schau. Fein, 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 fein. Super. Kann ich sterben davon? Wie der einfach immer die ganze Zeit schreit, ne? Höre ich nicht. Der die ganze Zeit schreit? Bist du schon weggeflogen, ne? Nee. Ich habe mir gerade mein Fleisch hergestellt. Hä? Wieso fliegst du weg? Wir wollten doch nach Crossroads. Ich habe mein Fleisch doch erst hergestellt. Ich habe jetzt schon Kochkunst auf Level 32. Nach Crossroads wollen wir? Wir hätten eventuell, ich gucke mal nach, ja, wir wollen noch Crossroads. Okay. Wollen wir erst die Schnappkieferschalen machen? Oder Stachel-Eber der Borsten-Nacken? Oder die Harpien-Offiziersring? Das heißt, wie ich mag. Wenn es dann noch geht, was ich mögen würde, würde ich jetzt hier einen leckeren, leckeren Burger essen. Burger. Mit Ö. Genau. Ein Burger. Burger. Und hat schon dein Kategorie-Wechsel was gebracht? In Zuschauer. Wow. Ein Zuschauer mehr oder ein Zuschauer? Ich habe die Zuschaueranzahl verdoppelt. Cool. Das ist doch schön. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die zwei Zuschauer schon eventuell schon länger habe. Keine Ahnung. Weil es ist ja so mit der Übertragung hier irgendwie manchmal passt die hinten und vorne nicht. Ja, bei dem Multistream, dem das funktioniert manchmal. Die Anzeige ist... Oh, jetzt wird es dunkel. Jetzt ist es nach acht. Ich spiele so selten nach acht. Und jetzt wird sie da hell. Achso, ich dachte, das würde mal allgemein durch. Nee, hier in Azoroth scheint noch die Sonne. Come on. Iiii. Ich reist jetzt irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist du eine kleine Katze. Von mir. seit wie vielen wochen spiel war jetzt eigentlich in der community also ich glaube erst drei mal ist nicht schon das vierte mal? ne ich glaube drei mal? ne fünfte mal sogar schon. ne ich war noch im urlaub zwischendurch zwei wochen. wir haben zweimal auf jeden fall mit rede gespielt und dritten mal hatte er kopfschmerzen gehabt. da war kein mock dabei. echt? das ist schon fünf mal denn? ja und wir beide jetzt also letzte woche und diese woche dann. jetzt habe ich fünf stück zu viel gepackt. da muss ich wohl teile herstellen. oh, geht nicht. ich habe keinen silberbleib mehr. cool mein kopf drückt hier oben ah, das ist wolfsfleisch und das andere ist eber. okay. also wenn ich dich so angucke, das sieht so aus als ob du zum boxen willst. was sieht es aus? als ob du zum boxen möchtest. zum boxen? naja sieht es aus wie rocky. mit der mütze? mit der mütze, mit dem grauen pullover oder t-shirt, was das ist. ich war nur heute nicht gewöhnt meine haare zu präsentieren. naja, die geister mit euch. so hero, was machen wir jetzt? wollen wir schnappkieferschalen uns holen? okay. wo müssen wir hin? zu einem teich. naja, dann los. auf ihn mit gebrüll! was? jemand kutznachs und loksschädel? ach, das waren auch diese komischen schweine da, ne? diese anderen viecher, oder? mhm. diese haben borstenhauer, blablabla. aber müssen wir eigentlich nicht, oder? die questern wir, glaub ich, grad nicht. äh, ne, die nicht, ne. lalala! aber wir müssen eh noch 60, äh, stachel eberhauer machen. oh, ich kann nur noch einmal mein... mein... mein diener oben. ich brauch echt so ne... seelendinger. seelenstein oder soulstone. ... jemand lust auf Höhle des... der, 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 die das... 60er Priester kommt mit, schreibt da jemand. Höhle des W-Klagens. W-Klagen, genau, so hieß das. H-D-W. Kennst du eigentlich noch das K-D-W, oder gibt es das nicht mehr? Weiß ich gar nicht. K-D-W gibt es, glaube ich, noch, ja. K-D-W ist das Westen. Da war ich aber einmal, glaube ich, bisher drin. Ein einziges Jahr. Steht eigentlich noch der Palast der Freiheit, oder wie hieß der? Tränenpalast? Ne, was meinst du? Palast der Freiheit, was ist das denn? Ne, wie hieß der noch in Berlin? Tränenpalast? Im Osten. Palast der Republik, so hieß der. Das kann sein, weiß ich nicht. Ich kenn mich hier nicht aus. Ich kenn mich hier nicht aus. Ich kenn mich hier nicht aus, in der Flasche. Ich hab's schon wieder getan. Das erste Mal heute. Was denn? Mit heilen Angreifen. Aber warum machst du das nicht? Um dich vorzubereiten, dass du hier deinen Seelenstein kriegst. Ach so. Okay. Vielen lieben Dank. Das hätte auch nicht nötig gewesen. Ja, ich weiß. Was machst du? Bist du aufgeregt? Komm her. Ahaha, bist du übermütig? Du kleiner, du kleiner, so hat Haase. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komm, wir weichen uns gegen uns. Sorry. Müsst du kurz mit den Katzen was machen. Da angelt einer. Wie kann er nur? Die armen Animals. Da sind Silberblatt vor uns. Aber selten. Das musst du dir holen. Oh, da vorne. Ich seh sie schon. Seelenblatt. Oh, da vorne. Jetzt bräuchte ich den Unendlichen Atem. gib mir mal unendlichen Atem Unendlicher Atem Hier Müssen wir da runter? Oder was? Müssen wir da runter? Ach ne, die Schildkröten töten, oder? Ja Was? Ja, die Schildkröten töten Was? Ja Schildkröten töten Turtles killen Turtles Turtel power Turtel power Turtel power Du bist aber übern Du bist aber Du bist aber Du bist aber Ah, nicht mit Beißen Das ist ja gut Das ist ja gut Ich hab kleine Hast du die eine hier echt im Tag vermucht? Ja Ich hab auch schon drei Schnappkieferschalen Du was? Hä, sind wir nicht in der Gruppe? Doch Ja Ja Weil ich weit von dir entfernt bin Echt? Ja Dann hau mal ab Jetzt bist du zu nah dran Jetzt kann ich nicht mehr looten Aha Machst du doch mit Absicht Hab ich auch Hier oben liegt eine Die kannst du dir holen Soll ich wieder weg gehen Soll ich wieder weg gehen? Wollen wir nicht zusammenstehen Ach die paar Wir sind ja alleine hier Aber sag doch mal, dass ich hier fast am abkratzen bin Du bist fast am abkratzen übrigens Ah, danke Hier ist noch einer für dich Ich finde die Der unendliche Atem ist eine absolut gute Fähigkeit vom Hexenmeister Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Warum gibst du denn nicht unendliche Atem? Weil ich es vergessen hab Oh, jetzt bist du auch noch tot Oh Mann Ich hab grad wegen den Katzen geguckt Und den da so getötet Und dann dachtest du so, oh mein Atembalken ist weg So, fuck, scheiße Na ja, egal Einmal sterben muss man ein wenig Köstlich, köstlich, köstlich Ich bin grad in der Schlacht Ja, mach ich sofort Das machst du doch absichtlich Hab ich vergessen, dass ich das kann Du willst mich nur nicht wiederholen Ich will dich alleine haben Wo bist du denn? Wo schwimmt deine Leiche da? Ich kann Ich kann So So Leichnam von Hildegard So, näher ran Wieso kann ich dich nicht anklicken? So, jetzt Ich geb dir meine Macht Ich geb dir meine Macht Anfänger weg Ein Seelenstein verschwendet Ja, wirklich Anfängerfehler Anfängerfehler Ich dachte ich hätte mir das auch Also nach drei Monaten noch von Anfängerfehler zu sprechen Ich muss ja sagen Zur Zeit mit meiner 36er Hexenmeisterin Habe ich keinen Bock zu spielen Oh, wie sieht das denn? Ja, wenn du da alleine spielst Und dann so blöde Quests hast Wo dann 5000 andere Leute auch noch mitlaufen Dann Dann Finde ich irgendwie die Lust Wenn das dann zu lange dauert Das kann ich gut verstehen Mit meiner Magierin macht's Ich bin zwar nur noch vier Level von Meinen Mount entfernt Aber Hast du die da hinten gelootet? Ich glaub schon Kann, glaub ich, keiner mehr liegen Kann, glaub ich, keiner mehr liegen Alter, wie schnell dieses Shit Wurde einfach mal andere Aber Weißt du, was ich heute bekommen habe? Als Paket Pokémon Smaragd Mit OVP Smaragd mit OVP Das ist ja auch richtig Mann, warum stirbt der denn? Jetzt stirbt der Jungen, kannst du dir den mal abholen? Ja, ich hab ja auch was für dich Ja, ich hab ja auch was für dich Was? Ja, Pap Cheryl Ich hab's in groß Wurde! หนääääääääääääm Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-d Sword Ach, sind ja nur noch 22 Level, bis wir zu unserem Mount kommen, das kann noch dauern. Ach, wie nennst du meinen Magier? Was? Wie nenn ich deinen Magier? Ja, du hattest meinem Magier einen ganz komischen Namen gegeben. Deinen Magier? Ja, ja, den du in die Gilde einladen solltest. Fällt mir gerade wie eine, der hast du ja ganz komisch genannt. Deinen Magier, den ich in die Gilde einladen soll. Den nattest du, glaube ich, so Dukula oder so. Ja, irgendwie anders als gedacht. Ja. Wieso, wie heißt der denn? Dukula. Oh mein Gott, Entschuldigung. Gehst du nicht in die Zeichnixerie Graf Dukula? Doch, ich weiß nicht, kann sein. Es ist, sieht aus, also es ist eine Ente als Vampir. Doch, kenne ich glaube ich. Ähm, wie hießen die noch? Ähm, wie hießen die denn noch, die von ihm? Ist der nicht nach dem Duk? Ne, das war, das war ja der Batman-Verschnitt. Graf Dukula ist nicht von Disney oder von Warner Brothers. Das war halt der vegetarische Vampir, der kein Blut sehen kann. Der hat sich immer von Tomatensaft ernährt. Okay, ne, kenne ich glaube ich echt nicht. Ja, das musst du dir mal angucken, auf YouTube oder so, findest du das garantiert. Das kenne ich nicht. Graf Dukula. Graf Dukula. Das kenne ich schon nicht. Hast du alle? Nein, 1,4. Wollt ihr, Katze? Erzählst du Geschichten? Ja, aber schön. Mögen die sich eigentlich untereinander, habe ich glaube ich schon mal gefragt, ne? Ja, also drei von denen schon, der andere eher ein bisschen weniger. Der ist aber auch schon älter. Er ist eher so der Einzelgänger. Aber sonst kriegen sie schon miteinander und schnüge. Geben sich Küsschen und die lecken sich ab. Ich kann den nicht lupen. Ach, ich kann den lupen. Kannst du jetzt lupen? Ja. Jetzt habe ich es fertig. Schöp. Dann machen wir jetzt die 60 Schachel-Ebelhauer, würde ich sagen. 60, okay. Folgen sie mir unauffärlich. Oh. Kannst du denn noch mal? Versuch dich mal ein bisschen am Wasser lang zu halten. Okay. Da läuft ein böser, böser Mob rum. Das ist doch ein Silberblatt. Das ist doch ein Silberblatt. Christian, du bist gerade fest. Moment, ey. Spät er wieder Apex? Mhm. Klar, schon. Was? So. Katzenkampf. 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 Ich höre nur, dass er schreit. Ich höre nur, dass er schreit. Mehr höre ich nicht. Okay. Lieb mal. Oh oh. Heiler stirbt. Was? Was? Was ist die denn? Ich kann mich leider nicht zu dir porten. Ich bin zu langsam. Lauf mir entgegen, Hierroh! Nö, alles gut! Entdeckt südliches Brachland! Oh oh! Ich hab einen bösen Mob entdeckt. Mit dem können wir nichts anfangen. 24 und 25er Allianz Elite Krieger, die auf Patrouille sind. Siehst du die gerade aus? Ja. Wieder langstolzieren. Ich untersuche den Nach... Der Leichnam ist der eine Org-Kriegerin. Es ist klar, dass sie im Kampf starb. Wahrscheinlich gegen die Stacheleber in dieser Gegend. Ich untersuche den Leichnam weiter. Ihr dreht den Leichnam um und seht Spuren von Klingen und Zaubern an der verstorbenen Orgfrau. Ihre Rüstung ist fast zerstört. Das Haar klebt an ihrem Gesicht. Nach Mann-Kriegs-Beschreibungen habt ihr keinen Zweifel, dass dies seine Frau ist. Ihr Wahrheit wird schmerzlich für ihn sein. Aber ihr seid sicher, dass er sie erfahren sollte. Was soll ich machen? Was soll ich machen? So, jetzt mache ich mal den Test-Film da wieder raus. So, habe ich jetzt wohl vergessen... Ich habe, glaube ich, vergessen die Kategorie zu ändern. Ich bin mit dem Test-Stream fertig. Jetzt mache ich den eigentlichen Stream. Häh? Bei dir steht jetzt dieser Raum, ist nun für 10 Minuten in nur Follower-Modus? Bei mir oder bei dir? Bei dir. Ich stelle dich gerade ein. Ach so, hast du Langeweile. Ja. Ich würde das jetzt auch wieder einstellen. Wie heißt das? Wir müssen mal gucken. Ja, ich kann das ja hier nicht machen. Ich glaube, ich habe echt Hunger. Hunger! Hast du doch einen Bounty gekissen? Reicht das nicht? Ja, der ist noch nicht lange Bounty. Ja, der ist noch nicht lange Bounty. Dann war schön. Was haben wir denn von dir? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wo müssen wir hin? Da siehst du am Horizont die Dornen aus dem Boden ragen. Oh ja, da müssen wir hin, okay. Dann auf, auf mit Gebrüll! Ich spiele morgen auch wieder Pokémon, da freue ich mich. Es dauert immer so lange bis Sonntag bis ich Pokémon spielen kann. Krass, ne? Wenn mich das voll aufregt, dass Radfratz da so overpowered ist. Aber trotzdem habe ich Spaß da dran. Die müssen halt stärker werden. Also wenn du überlegst, ich habe jetzt... Soll ich spoilern oder weißt du welche Pokémon ich schon habe? Was? Du kannst doch spoilern. Neben Pikachu habe ich jetzt dieser Knosp Glumanda. Was? Was ist die denn her? Das ist unfair, dass man die da echt fangen kann. Ne, die fängst du nicht. Die kriegst du geschenkt, wenn Pikachu sehr glücklich ist. Ach, die kriegt man geschenkt? Ist ja noch ungefähr. Aber dazu muss Pikachu sehr glücklich sein. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur MSN. Sag mal, wo kriegt man eigentlich noch die anderen? Diese legendären... Du kannst ja drei legendären... Ähm... Lavados, Zapdos und Arctos. Und wir haben glaube ich... In der einen Höhle haben wir doch das Arctos entdeckt. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe dich leider nicht so verfolgen können, wie ich das gerne manchmal machen möchte. Ich kann meine anderen sich holen. Ich glaube beim Kraftwerk gibt es noch eins. Aber wo es dann das letzte ist, weiß ich nicht. Musst du vielleicht mal googeln. Ich habe heute ein Video gesehen, da hat jemand erklärt, wie man in blau, rot und gelb gegen Professor Eich antreten kann. Wie man gegen Professor Eich antreten kann. Gegen Professor Eich? Ja. Wie, da soll man gegen ihn kämpfen? Ja. Aber dafür muss man ein paar bestimmte Tricks machen. Er hat dann so seine eigenen Pokémon, die dann auch so um Level 65 bis 70 sind. Okay. Weil immer wenn du zu Professor Eich zurückkehrst bleibt, ist ja immer noch ein Pokémon da. In rot und blau. Ja. Das ist stimmt, ja. Arlöchen. Dankeschön für deinen... Captain Kra... Wie... Wie? Ich weiß nicht. Dankeschön für deinen Spaß. Lieber Captain. Erzähl weiter. Und dann? Kann man gegen ihn bekämpfen? Aber doch erst später, oder? Ja, ja. Ganz am Ende, wenn du Pokémon Champion bist. Ach, das würde ich aber auch kämpfen. Das wäre mega lustig. Musst dir halt mal das Video angucken. Ist zwar auf Englisch, aber... Sehr gut erklärt. Auf Englisch guck ich mir keines für. Hat er nicht? Ich hab keine Videos. Aber das ist ja cool. Das will ich auch wissen. Hat er gewonnen gegen den? Ja, der hatte ein Level 100 Blurack. Oh, okay. Ich glaube, der Kanat in dem heißt Poketipps. Ich glaube, der Kanat in dem heißt Poketipps. Okay. Eine Tour. Ich habe eine Tour gefunden. Meine Tour. Die habe ich auch schon ganz lange entdeckt. Aber ich überlasse dir. Ich brauche nichts wichtiges drin. Nur eine Banane. Echt? Eine Banane? Die ist überlebenswichtig. Banane. Ja, ich habe schon 8. Und du? Ich habe auch 8. Das sind ja nur 120. Was ist 120? 120? Ja. Allein schon 60 ist schon viel. Und dann noch 120. Aber die haben ja zum Glück auch immer 3 Stücke. Ja, wenn das nur so wäre. Ich habe gerade mal erst. Boah, das schreit ja so rum. 9 Stücke. Ja, ist mega nervig. Deswegen gucke ich mir deinen Apex Streams nicht an. Ach, mein ey. Aber in Apex ist halt ein ganz anderes Spiel. Du hast halt... Das ist halt... Das ist halt actionreich. Hier kannst du auch brühen und schreien. Aber ich glaube ich lasse nicht. Also mit dir würde ich noch Overwatch spielen. Overwatch? Ist auch so ein Team-Shooter. Okay. Von Blizzard. Gibt die Deluxe Edition zur Zeit. Wegen Black Friday noch. Für 20 Euro. Ah, okay. Hey, du bist die Level aufgestiegen. Ja, du auch. GZ. Stimmt. Ah, Talent-Baum. Warte. Zack. Talent-Baum. Was hast du reingepackt? Den Talent-Baum? Äh, ich habe bei mir weiter auf Zauberstäbe. Okay. Da ich ja nicht so der Damage-Dealer bin, muss ich halt gucken. Kann ich auch was machen? Stimmt, ich kann auch jetzt noch was machen. Also bei mir durch die Zauberstab-Spezialisierung erhöht eure Schadenswirkung mit Zauberstäben um 20%. Ich kann es noch einmal erhöhen und nochmal um 5%. Also dann hätte ich eine Schadenswirkung mit Zauberstäben von 25% mehr. Als Nummer. Zinn, die würde ich nicht machen. Ja. Habe ich gemacht. Warte, was ist denn? Oh, meckerst du? Ich gebe den mal einmal kurz Trockenfutter. Ich komme gleich wieder. Das ist zu weit entfernt. Kannst du ja weiter machen? Naja. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss näher ran. Das war knapp. Das war mal richtig knapp. Aber geschafft. Und darum geht es ja. Ach, dann nicht. Nicht willst. Das ist zu weit entfernt. Gut. So, bin wieder zurück, kommst du so weit voran. WB! Wäre fast einmal gestorben. Oh nein, wirklich? Ja. Das wäre ja nicht so gut gewesen. Ich hätte dir auch mal einen Dingsmitschock. Ich muss näher ran. Irgendwie ist heute Zuschauerflaute. Wie viel hast denn du gemacht? Ja, ist halt manchmal so. Hast du viele gemacht damit? Äh, ein. Für dich. Mit anderem habe ich gelootet. Was? Was? Dabei war ich doch so lange weg. Der hat mich verzaubert. Kommt ihr zu den Blumen? Hier, woher bist du? Ich bin hier. Ich muss deine Doppel füllen. Habe ich da was zum Loopen? Ich werde jetzt so langsam wach. Das ist mein Problem. Schnell, mein Diener. Geh hin und früge ihn. Oh, das war super. Ich spiele unheimlich gerne B.O.W. Aber manchmal sind echt, manche Quests sind irgendwie nur Arbeit. Oh, da kommen aber jetzt viele auf denen. Das war so nicht geplant. Ich passe schon auf. Oh, jetzt greift mich noch einer an. Ich passe schon auf dich auf. Jetzt greift mich auch einer an. Jetzt gehen wir schon hin hier. Boah, haben wir echt geschafft. Ja, klar. Wild werden immer besser mit unseren Charakteren. Waren voll viele, oder? Drei oder vier? Drei. Ja, war doch ausgeglichen. Drei gegen drei. Vier. Gesuchert. Danke. Es hört sich mal so niedlich an, wenn du niest. Wie so eine Katze. Bin ja auch eine Katze. Ja, auch schlimm, wenn sie schrecklich anhören, Bude, oder? Es gibt ja manche, die niesen. Da denkst du, da fällt ein Haus um danach. Ich kann auch so niesen. Warte, Juro, ich habe noch was für dich. Wollstoff? Ja. Ich brauche Stoff. Oh, wir sind schon gleich beim Camp Tau-Yo. Ich habe alles verstanden, was du gesagt hast. Boah, Alter, mein blauer Balken. Der ausgeruhte EP-Balken geht noch fast bis zur Hälfte. Hast du das eigentlich mittlerweile verstanden? Warum blau und lila? Nein. Nein? Was ist denn meinst du? Beim EP? Ja. Naja, hellblau steht für erholt und lila für normal. Ja, und was bedeutet, was ist der Unterschied zwischen erholt und normal? Erholte Spiele erhalten beim Töten von Monstern die Erfahrung wie normal. Hast du jetzt gut abgelesen. Ja, man muss nur wissen, wo. Ja. Also sind wir gerade erholt und bekommen doppelte Erfahrungspunkte? Genau. Okay. Und warum ist man manchmal blau? Also außer wenn man getrunken ist? Wie blau? Na, warum ist der Erfahrungsball manchmal blau? Ja, blau ist er, wenn du erholt bist und er verfärbt sich dann wieder zum Normal, wenn du nicht mehr erholt bist. Die Erholungsgrenze siehst du ja an diesem Strich irgendwo, den du da hast. Welcher Strich? Der ist bei dir, oh Gott, den sehe ich nicht. Ne, du bist ja gar nicht mehr erholt. Ha, ich bin noch erholt. Ich bin länger erholt als du. Guck mal an. Wenn du bei mir im Stream guckst, da siehst du so eine Grenze dafür. Ab dem Punkt bin ich nicht mehr erholt. Okay. Das ist ja unfair, dass es dir besser geht als mir. Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum ich mehr Erholungsphase habe als du. Guck's aber, pullert aber auch lange, ey. Oder wie war's, ey? Der Piechelkäpsel. Aber bei allen Charakteren von mir irgendwie haben die eine extrem lange Erholungsphase. Liegt das daran, weil ich mich einmal in den WoW-Retail eingeloggt habe und da mir ein paar Wörteres Präsente geholt habe? Ja, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich eben auch nicht. Hm? Brauchst du noch Pause oder können wir weiter fighten hier? Ich muss gut was schreiben. Ich bin jetzt wieder am Start. Brauchst du kurz Pause? Ach, komm mal Pause. Attacke! Oh nein, der ist genau neben uns bis vorne das Auto hoch. Ja. Ich greife ihn extra an. Ich greife ihn extra an. Jetzt sag mal, solange es nur der Jäger ist und kein Pad dabei. Ja, kannst du die alle lösen? Ich kann gar keinen lösen. Du hast gleich zwei hintereinander. Den kann ich lösen. Den konnte ich eh nicht. Wie viele fehlen dir noch? Ähm, die Hälfte. Ich habe gerade das 21 von 60. Ja, ich habe 22. Das ist doch nicht die Hälfte, 22. Ich bitte dich. Nicht mal die Hälfte, habe ich gesagt. Nicht mal. Ich habe verstanden, gerade mal die Hälfte. Ich sterbe, ich sterbe. Ich bin eher runtergehauen als ich. Krass. Ein Tier. Hinterher, los. Weißt du, ob ich jetzt Bock hätte? Na, außer auf den Börder? Auf ein schönes Marsmandel. Auf Mars? Marsmandel. Marsmandel? Was ich ja mega lecker finde, ist... Das ist so nochmal leckerer als alles andere, was es gibt. Jetzt habe ich schon 25. Und du? 24. Attage! Ich habe ihn verfehlt. Oh. Platt ist er. Jetzt habe ich zum Beispiel nur einen bekommen, jetzt muss ich bestimmt mehr bekommen, das ist nicht cool. Also Just Chatting bringt bei mir gar nichts. Wie befürchtet. Aber ich habe auch heute das Gefühl, dass es nicht läuft. Heute ist... Oh, was hast du denn da schon bekommen? Grundschild des Ausgrabungsleiters. Als Wunsch, was? Grundschild des Ausgrabungsleiters. Ich kann schon wieder da unten. Hiro bekommt und Hiro gewinnt. Attacke! Nein! Was denn? Hast du mit Heilung angegriffen? Nein, dass du ihn hinschickst. Was? Dass du ihn hinschickst. Ach so, doch lustig. Einen haben wir schon. Einen haben wir schon. Der links! Der links! Pugna stirbt. Nein! Ich hatte keinen Mana. Pugna! Pugna! Guck mal! Ich muss ihn sterben lassen. Gib doch viel. Guck immer ins Film! Ich hatte keinen Mana! Scheiße! Faule ausreden! Faule ausreden! Faule ausreden! Ups! Sorry! Mich greift! Mich greift eine Anhebung! Ich wollte dich schon mit Angriff heilen. Also von daher. Es läuft! Wenn du einen Seelenspieler brauchst, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Nö, nö, nö. Ich glaube, das passt noch. Oh, oh. Also ich habe jetzt 31. 30. Alles einkalkuliert. Dass ich keinen Mana mehr habe. Magst du was zu trinken haben? Ein bisschen Wasser? Nö, habe ich selber. Ich habe aber auch nur noch drei. Dreimal Wasser. Du bist nicht mehr in nur Follower-Modus. Was? Du bist nicht mehr in nur Follower-Modus. Was? Du bist nicht mehr in nur Follower-Modus. Du bist nicht mehr in nur Follower-Modus. Ja, ich muss nicht mal, wie ich das jetzt einstelle. So, selber. Meine Taschen sind übrigens fast voll. Und ich habe noch zwei Woll-Modus. Ach, da kann man das. Ah, so. Ich könnte sogar einen nur Emote-Set machen. Aha. Hm. Ich habe noch mal zwei Woll-Schläge vor durch. Brauchst du die? Hm. Dann nehme ich sie dir sofort ab. Ja. Hm. 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 Die sind ein bisschen besser. Die sind ein bisschen besser. Slow-Chat-Modus. Ja, du kannst ja so viele Sachen da einstellen. Also ich habe jetzt 30. Ich habe 32. Was? Du hast mich bei 2 überholt. Was? Wer kann, der kann. Schweinerei! Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. ... ... ... ... Jetzt hab ich 33. ich bin noch gar nicht als priester heute gestorben fällt mir so auf stimmt das war es das war deine eigene schuld das war deine eigene schuld aber was ja noch nicht ist das kann ja werden ich kann es ja provozieren jetzt habe ich 35 ich auch ich muss Gantiges Bastardschwert des Tigers. Gantiges Bastardschwert des Tigers. Ich komme gerade vor wie so einem Martial-Arts-Film. Ich habe ja gerade mit meiner Hexenmeisterin diese Quest in Desolace mit dem... Mit dem Freund ich stelle. Ach, ja, ja, mit den... Boah. ...und den... Für welche hast du dich entschieden? Ich habe ja so meinen Auto-Quest-Block, da nimmt er nur bestimmte Quests an und das ist dann... Ich kill die quasi... ...die rechts unten sind. Okay. Makram, oder was? Makram, genau. Makram. Das ist ja so eine... Boah, langwierige Quest. Ich hatte die ja schon mit meinem Tau gemacht. Boah. Heißkalte Milch habe ich bekommen. Hm. Ich schlabere ich mir doch gleich mal rein. Und wenn du dann da noch drei, vier andere mit rumlaufen hast, die auch alle killen... Da hatte ich eigentlich relativ Glück gehabt, da bin ich eigentlich gut durchgekommen. Ja, wenn du dann da einen hast, der... oder mehrere, die da auch mit rumfuschen, dann wird's eklig. Dann dauert das. Dann... Dann hast du echt das Nachsehen, ja. Du machst schon sehr viel Schaden. Aber in der Gilde ist ja momentan nichts los, ne? Hm. Keine Ahnung, außer wir. Aber dass der letztens in der Gilde mit drin war... Der, äh... Oh Gott, wie hieß der noch? Rene Jäger. Jaja, das war mir... Vor allen Dingen, ich hatte halt nur den Namen gemerkt, weil du ihn irgendwie eingeladen hast. Ich dachte... Jäger ist aber ein lustiger Name. Und dann guck ich so und denk so, hä, der ist doch so sein Gilde. Loll. Mega lustig. Ja, der hat auch noch geholfen, ne? Hm. Ist der Server so klein, da sieht man sich nicht mehr. Ja, der ist ja... Ist auch der stärkste in der Gilde mit 42. Das kann sein, ne? War der ja 42 schon? Ja. Komm ich denn nicht hoch? Ich muss dir das Erdwurzel-Ding holen. Die Erdwurzel... Ja, Medina kann da einfach so... Was ist der Verarsche? Was will ich das Trollen das Spiel? Trollen. Du kannst das R so rollen, das kann ich gar nicht. Trollen. Mhhh. Ja. Silberblätter fehlen mir. Silberblätter fehlen mir. Fehlen Silberblätter... Das ist echt mangelbare Silberblatt ist hier echt. Findest du echt nur hier im Brachland gekühlt? Oder gehst du nach Mulkur rein? Nach Mulkur? Hm. Wieso? Da sind wir auch in der Grenze. Das ist auch Startgebiet. Echt? Okay. Der Tauren. Ah, Thunderblast gibt es ja auch in dem Bereich, stimmt. Aber da gibt es halt auch nicht so viele Silberblätter. Auch relativ wenig. Da findest du hier echt schon mehr, wenn du hier lang watschelst. Ich hab jetzt schon 43. 40. Asat das Loop-Glück. Asat das Loop-Glück. Der Truhe wäre ja... Ich kann nicht mehr dran. Inventar ist voll! Ist der Inventar voll? Weil es auch fast. Oh ja. Ich hab nochmal Wolle und Textil. Brauchst du? Hahaha, ein Inventar ist voll. Wir sollten einmal nach Camp, zu dem Camp da drüben gehen und da verkaufen. Was ist denn das Camp? Das Camp, was du am Horizont siehst. Rechts. Camp Tauroro oder wie es heißt. Ach das da ja. Dann können wir unsere Flugung... Da können wir verkaufen. Welche von diesen Blutsplittern muss man da eigentlich abgeben? Ich habe jetzt 21, die kann man noch da bei dem einen abgeben. Boah, ich habe 24. Ich muss den fragen. Die Mandarine riecht immer noch so lecker. Gestern hatten wir, glaube ich, vier oder fünf Mandarinen im Kühlschrank. Heute gucke ich rein, es lag nur noch eine im Kühlschrank. Der hat sich die ganzen Mandarinen mitgenommen. Dieser verfressene... Ah, ich wusste es doch, hier ist auch ein Flugpunkt. Ja, ich wusste auch, hier ist ein Flugpunkt. Quetschzahn, rede. Er redet nicht mit mir. Aha. Hast du die fest angenommen? Ja. Ist es jetzt verkaufen? Ja. Kannst du auch noch was anderes sagen außer ja? Ja. Friede sei mit euch. Oh, ich habe einmal dein Ding verkauft. Mein Ding hast du verkauft? Wieso verkaufst du mein Ding? Aber ich habe noch einen Wollstoff, habe ich noch... Der gehört dir doch gar nicht. Nein. Tu mir wieder. Willst du einmal Wollstoff haben? Gerade nicht. Ich muss gerade noch ein paar Sachen entzaubern. Ich habe es verkauft. Geht mit der Erbenmütte. Aber geht. Ich überlege die ganze Zeit, wie im Küche hier ein Glas Cola holen, aber irgendwie... Du machst doch kein Cola in Suku, oder? Nee, eigentlich nicht, aber ich hatte heute noch keine Zeit. Trinken, das hört sich an, ey. Ich hatte noch keine Zeit zu trinken, also wie stellst du dir das vor? Sowieso und überhaupt und... Oh Gott, wie kannst du das? Ich bin schon mal vorgelaufen. Schön, neben mir spawns gleich eine. Das ist doch sehr gut. Oh, jetzt war ich auf der Bank, anstatt ich das da weglege. Oh, nee. Ein gutes Rezept. Naja. Was? Ein gutes Rezept? Ein Schneiderei Rezept mit 120. Hast du gefunden? Hatte ich gefunden gehabt, ja. Oh. Und da waren wir in Au Grimant und ich gebe es nicht weg. Oh, armer Hufnuss. Zug noch schon wieder tot? Nee. Soll man halt ganz schön einstecken müssen, ja. Oh, vielleicht leuchtet er auf der andere. Oh Gott. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Oh, das war gar nicht weg. Ich bin außer auf dem Jetzt, nochmal nach unten. Erte, dass wir alles wegfallen. Oh Gott. Aber ich habe mich auf dem Grund. Ich habe noch nicht immer in diesem Grund. Warum? Das ist gar nicht wo ich 없. Das ist gar nicht wo ich nicht. Ich habe noch eine Frage. Was ist das, was ich jetzt schlafen kann? Du hast auch nochpuße? Wenn du daLER in diesem Grunde genommen hast, Ich bin wegen dir von dem Grunde genommen. Ich muss noch etwas claustisches Mal aus. Also gar nicht mehr so viel, glaube. Es ist voll cool, dass wir immer so einen Splitter bei haben. Äh, äh, Wolle. Wolle. Wolle halt echt natsch im Kopf. Ja, gut. Wolle haben wir es jetzt weg. Schade. Ich dachte, wir können nur die Axt holen. Sie ist ja immer mit seinen Flüchen hier im Gift. Vergiftet das... Frechheit. Frechheit. Was ist denn da? Ja. Jetzt hab ich mal raus. Ja, ich hab's ja gestorben. Ja, ich auch. Ja, ich hab's ja gestorben. Ja, ich hab's ja gestorben. Ich hab's ja gestorben. 53 49 Wenigstens bewegen wir uns so halbwegs auf dem gleichen Level Wo sind denn die Geomanten und so? Wir können auf der anderen Seite sein Ok, weil hier sind ja irgendwie die Wasser-Sucher Wenn wir die Wasser-Sucher voll haben, dann sollten wir rüber gehen Auf die andere Straßenseite Jetzt haben wir sie voll Was haben wir sie voll? Jetzt haben wir sie voll, hab ich gesagt Ne, einer fehlt noch Einer fehlt dir noch? Einer fehlt mir noch, ich war immer außer Reichweite Ah ok Schweinerei Gibt doch nur mehr Erfahrungspunkte Dieser Zauber ist noch nicht bereit Jetzt hab ich sie voll Jetzt hab ich sie voll Das ist prima Viva Colonia Ja Aber frag mich nicht, wie der Text weitergeht Das weiß ich auch nicht Aber die müssen ja immer noch nicht machen Denn die Wasser-Sucher Wasser-Sucher Uns wären noch Dornenwirker und Mit Giumanten Der die wir uns noch ankommen 56 Ich bin der Heiler, ich muss vorlaufen Und sterben Schweinchen Schweinchen Wie ist eigentlich jetzt dein Durchschnitt an Zuschauern bei Twitch? Gerade hab ich Gerade hab ich nur 3 Ich meine so im Allgemeinen Siehst du am Ende immer deine Stats nach dem Stream Ich glaube 4 Im Schnitt Aber auch nicht halt zu viel Ja Das reicht ja Als Affiliate reicht das ja Das stimmt ja Aber ich denke ich werde das auch so machen Dass ich ab Ähm Nächsten Mal Nur noch Zwitz wieder streame Echt? Boah alter Boah alter Boah alter Ja Eigentlich bin ich kein Shooterfreund Aber irgendwie hätte ich gerade voll Bock auf Overwatch Aber das Problem ist aber Ich finde keinen der mit mir spielen will Und allein macht's auch keinen Spaß Warum macht das keinen Spaß allein oder? Ja Du bist dann einer Von 5 in der Gruppe Oh ok Ich hab das noch nie gespielt Typliche Volk Gibt mir da hinten noch welche? Ja geradeaus durch Oh man diese blöden Ideen Ah Du musst natürlich in die Ideen hier reinlaufen Ist klar Du hast davor die andere gepullt Na 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 Aber mit dir Overwatch spielen würde sicherlich auch Spaß machen Nein was denn? Glaub nicht Für den neuen Spielen ist so gut Was gibt's da zu wissen? Eco-Shooter und dann BAM BAM Was? Es spielt mal gegen andere oder? Ja es spielt nur gegen andere Ah ok Und was machen die denn hier? Das hab ich nicht mal bei meinem anderen Was hast du nicht mal bei deinem anderen? Hm? Was? Was hast du nicht mal bei deinem Warum ist denn der eine tot im Kopf? Können wir den töten? Oder schaffen wir das nicht? Äh Takar der Seher Der ist äh Allianzer Also Der gibt dir die Quest als Hexenmeister bei der Allianz Also ne Hexenmeister-Quest Nala Entdeck Dornennarbe Entdeck Dornennarbe Lass dich um das Dornenwirker Und ich hab schon wieder mein nicht vorhandenes Pet auf ihn geschickt Ich hab drei mit Ein Schweinchenherrn wir Noch vier fehlen mir Du bist wahrscheinlich schon fertig Ich hab drei mit Ja Warum krieg ich immer die Dornen ab? Das ist ja nicht ganz fair hier Wo ist die Gleichberechtigung? Nur weil ich ein Kerl bin Ich bin nicht verstanden, ey. Ich hatte schon mal überlegt, für meinen YouTube-Kanal als Thema immer so einen Polit-Talk zu haben, was geht so ab in der Politik und so darüber zu sprechen. Aber wenn ich mir dann immer so mittlerweile die geistreichen Kommentare bei Twitter und Facebook durchlese, weiß ich, nein, machst du lieber nicht. Ich würde über Politik gar nicht sprechen, weil da gibt es halt viele, die auch gerne laut drehen und das sind meistens nicht, die recht haben. Darum würde ich das nicht machen. Wer schreit hat eh Unrecht. Wer schafft das denn, oder? Ja, ja. Oder? Ach nee, ist ein Level 20 Geomant. Hilfe! Neeein. Neeein. Doch. Man war so drin, ach ja, diese Kleingehung, äh, äh, Viecher da. Mama, ich hab halt gesessen und getrunken. Ah, ich bin immer noch einfach raus. Amnächstes ist der Friedhof nicht so weit weg. Dabei hab ich extra den Dings geschickt gehabt. Den Diener und hab halt in Ruhe getrunken und dachte, drei Striche und ich dann... Ja, ich war eigentlich auch, ja, das sind ja alles so 16, 17, ne? Ganz easy, peasy, kriegst du ja locker weg. Und buff, 20er, scheiße. Da warst du so spät, bis ich reagieren konnte. Weil ich theoretisch hab ich noch vier geringe Heiltränke. Warum kann sie mich nicht wiederbeleben? Nein, Hupenor... Nein, Hupenor... 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 Du warst nur ein liebevoller Mitstreiter. Wirst du das? Ich kann dir hier mein Zauberding geben. Meinen Seelenstein. Nö, brauche ich nicht. In dem Fall. Jetzt weiß ich ja, dass die da so ein bisschen stärker sind. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ich habe kein Wasser mehr, ne? Ja, ist jetzt schlecht. Da fehlt einem der Magier, ne? Hm, wirklich? Wüsste ich doch nicht. Ich könnte jetzt Magier wechseln. Ich habe einen Crossroads. Eine Stufe 16 Magier. Aber ich glaube, der bringt dir jetzt nichts, ne? Ich glaube, das würde mir nicht viel bringen, ne? Ich glaube, das würde mir nicht viel bringen, ne? Komm, mein kleiner Leerwandler. Was? Das fällt mir ja nicht. Mach ihn fertig! Bam, 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 bam! Das ist halt immer so schön mit Pokémon. Das würde mir dann so ein bisschen zu klassen. Und wo sind die Geomanden? Ah, hier sind auch Geomanden mit Kelly. Ja, das sind die Stufe 20. Okay. Kann ich noch nicht drin. Okay. Ich dachte, die werden die ganze Zeit nur die Donner wirken. Sehr schön. Aber ich habe die Sammelquests jetzt voll. Jetzt brauchen wir noch killen. Jaja, das habe ich auch schon fertig. Bei einem Level 60er Priester ist natürlich auch was Feindes, wenn man so einen hat. Aber es ist ein harter Weg bis dahin. Das glaube ich. Am leichtesten haben wir in der Levelphase die Jäger und die Hexenmeister. Findest du? Ja. Jaja, das ist echt schon toll, ne? Ja, wenn man so ein Damage schreit und du bist halt reich. Vor allem kannst du dir dein Pad fangen und dann entscheidest du dir, welches Pad du fängst. Und dementsprechend zum Beispiel ein Bär ist mehr so der Tank. Ein Wolf ist mehr so der Angreifer, macht mehr Damage. Was habe ich bekommen? Ornament? Ach, ein Streitkolben. Ein Streitkolben. Ja. Von hier sind auch noch zwölf Stück Negeomanten. Wie viele Blutsplitter ich schon habe. Das ist krass, ne? Wie kannst du aber nachher da ab... Oh, ich habe verfehlt die Attacke. Was? Wieso kann ich dir die ganze Zeit nicht rufen? Könntest du im Moment auf meinen Charakter aufpassen? Ja. Weil ich wollte mir gerade was frisches zu trinken holen. Okay. Gehen wir da rechts hin? Hier oben auf den Hügeln? Können wir. Gucke ich auch einmal kurz auf meinen Teel nach vorne. Was zu trinken, würde ich auch verlaufen. Zu trinken, einmal Toilette. Tieti! Einmal die Porzellanabteilung begutachten. Dann bis gleich! Bis gleich! firet! innen da tra Wer ist denn noch da? Krass ist genug. Da müssen alle wissen. Hey, lass dich hoch mit einer! Ja. Wie ist denn hier? Ach, der ist da. Oh. füsche bettel was er sogar gehen braucht Ich will ein paar Tränke nehmen. Und zehn Silberblätter. Silberblätter. Macht das. Blute, Blute. Wir tanzen mit dir. Tanzen mit dem Wassersucher. Auch nicht schlecht. Wir warten an der Uhr. Nicht vegano. Biggeräusche. Oh Gott, wieder zur Uni fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh nein, alles noch... Festgehalten für die Ewigkeit Veröffentlichung Mir fehlen jetzt noch 3 von den Geomanden Ah ne, von Donnerwöckern Von den Geomanden fehlen wir noch 2 Von den Geomanden fehlen wir noch 2 Ach Dornen ey, ich dachte das ist ja so eine Donner Dornen meine ich natürlich Musst du erst etwas anvisieren Kinder zum Beispiel Ja, jetzt kommen wir jetzt Neue Sammlungen oder so Reingehört, was ich sonst eigentlich mal so spiele Bildet WoW doch die krasse Ausnahme Ja, man muss ja auch mal neue Sachen ausprobieren Neu, andere Neu ist es ja nicht Ich habe es ja früher auch schon gespielt Aber nicht so exzessiv Mein Hof Noss Kann ihn nicht heilen Kein Mann Ich habe es ja noch keine Ah ... Noss Da braucht eine dicke Banane Ah ... Mir fehlen nur noch 2 Dornenwirker Mir fehlen auch noch 2 Dornenwirka Häh ... Hey, cool Ah, wie ist das eine? Das ist eine Kann dir glaube ich übrigens wieder Wollstock Ja, machen wir gleich. Erstmal die zwei Dornen-Wirker Geht's nicht frei Am Popo geht's nicht frei Also diese Quests sind mir eigentlich immer noch am liebsten, die Kill-Quests Es ist halt schon sehr viel, die wir hier sammeln müssen Das ist hier Das ist überhaupt fertig, ne? Warte, 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 hier Was hier? Achso Wie das? Merci Drei Wollen wir gegen die Cancell hier? Kannst du gerne machen, aber ohne nicht Was? Aber ich brauche dich doch als Haar So viel kann ich dich gar nicht heilen Echt? Wie hoch ist der denn vom Level? Der andere war doch auch nur Level Mindestens 10 Level höher als wir Okay, mindestens Pokémon Oh, ich war so müde ey Dann heute Rose Ja, noch eine halbe Stunde Jaja, ganz entspannt Ist doch locker weg Klar Jetzt gehen wir erstmal die Questsachen ab So viele Follower wie du heute bekommen hast Hier ein Rose, die war aber gestern schon mit am Wunder, dass sie mich wiedergefunden hat Obwohl aufs Mixer ist das nicht ganz so schwierig Beim Mixer habe ich nicht einen Follower bisher Echt nicht? Nee Steigt da relativ schnell im Vergleich zu Twitch Darum will ich das Ganze auch noch nicht Also ich will dich noch nicht für eine Seite Deswegen fällt es mir ja leicht beim Mixer aufzuhören Zu streamen Ja Ich habe beim Mixer nicht einen Follower Hier mit einem Krieg So, was kann ich jetzt hier mit meinem Blutsplitter? Komm, quetsch es an Sag es mir Ja Ja, ich hab doch So Klinghaut 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 hier ist tötet na gut und lockt verräter in eigenen reihen annehmen ich benutze noch so ein paar weisheit ich habe noch so viele splitter die werde ich jetzt einfach mal alle anwenden wo kann ich das kaufen? dahinten hat jemand noch eine quest kann ich ein wasser kaufen? hallo kann ich ein wasser kaufen? die ist gar nicht drin ein kisschen wasser? ich brauch wasser hallo? ich bin durstig hallo? durst? ich brauch wasser schatten schwubbubbubb ja netzka hat natürlich kein wasser will der mich verarschen? schwein 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 sind die alle kein wasser? umg wollen wir hinten bei der hüte das noch anhält? ach Mist war zu langsam ach egal im moment ich bin gerade beim entzaubern dankeschön shadow spider für dein gift vielen dank ein bisschen das sage ich tu Ach das mal später, das hält jetzt mal auf. Wo rennst du hin? Ich nehme noch die eine Quest da hinten an. Ich kann sie auch mit Detail. Oder das, von Teilen? Äh... Äh... Derzeit hätte ich sie schon angenommen. Äh... Ausgewählte Waffen ist das, aber egal. Schade. Crossroads? Und dann? Crest abgeben. Okay. Laufen? Dann lauf du, ich fliege. Größe. Ich fliege auch. Geht. Geht mit der Erde, Mutter. Ja. Hä? Warum habe ich den jetzt noch mal beschworen? Hä? Ich hatte den doch bei. Kann man den doch nicht beschwören? Sonst, wenn man da drauf drückt, geht der doch wieder weg. Oder hätte ich dann nur da drauf drücken müssen? Ach egal. Ach, ich bin schon ein bisschen müde. Das bin ich auch. Das bin ich auch. Du kannst auch kontinuierliche Hintergrundmusik aktivieren, ne? Ja? Ja. Wo denn? Wenn du escape drückst und dann auf Sound. Also System Sound. Dann. Sound im Hintergrund? Ja, da muss ich das einstellen. Musikschleife? Ja. Puntnos, komm zurück! Kämpf doch da nicht! Puntnos, ich sehe ganz genau, dass du die ganze Zeit kämpfen willst. Kommst du jetzt bitte! Kann er wohl nicht angehen. Den sagt nicht. Wir brauchen noch ewig hier zu dir. Ich dachte du fliegst. Nein. Und vor allem, wo läufst du lang? Wo muss ich das einstellen? Ah. System. Sound und dann? System. Sound. Ja, ja. Sound im Hintergrund. Aktivieren und Sound auch dann ab... Also, Musik und Musikschleife. Musikschleife. Höher. Ja. Aber das andere muss ich auch machen. Dann hab ich nämlich auch Musik an, ob das gar nicht angeklickt ist. Das ist doch das, was ich immer gesagt hab. Dass das bei World of Warcraft so blöd ist, dass wenn man raustappt aus dem Spiel, dass man keine Musik... Das hab ich jetzt umgeendet. Das ist ein Silberblatt. Brauche ich. Ich hab auch die Gefahr hin, dass ich sterben werde. Aber ich muss es wagen, Hiro. Ich muss es einfach wagen. Jetzt noch eins. Noch eins. Uhuh, die Verlockung ist groß, Leute. Silberblätter ohne Ende. Ja. Dann guck ich mal hin, wo wir wegen... Ähm... 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 Kodo. Oh Mann. Geht die Sucherei wieder los. Das hab ich glaub ich damals gar nicht gemacht. Was? Fliegst du jetzt schon wieder? Nee. Hey. Komm, komm, komm. Komm mit mir mit. Hugnos. Bei Fuß. Hugnos, komm. Trau dich. Was ist mit dem Silberblatt? Ach komm Hugnos. Ich glaub an dich. Oh, der haut doch einfach ab. Wir müssen den einfach ignorieren. Ja. Silberblätter im Überfall. Ich weiß nicht, ich glaub wir sollen noch elixieren gehen. Ach der hat einen recht, die ganz normal ist bereits ab. Okay. Toll, glaub ich mach voll in die falsche Richtung. Ich muss mir auch was zu trinken rein. Geh mit der Ehrenmutter. Geh mit der Ehrenmutter. Ich glaub ich koch mir nachher wieder Hunger. Das hat letztens lecker so schmeckt abends. Wie mir die Nudeln gemacht hat. Ich krieg abends neuerdings immer mega Hunger. Dabei ess ich ganz normal Abendhunger. Aber irgendwie, hab ich neuerdings, dass ich dann extrem dollen Hunger hab. Und dann lieg ich richtig im Bett und mein Knut. Voll schlimm. Ja, das kenn ich. Na, verhungern. Ach, das wirst du schon nicht. Sauselinkt. Bejubelt euch. Na ja, was will die denn? Blöde Kuh. Auf mich zu bejubeln. Was fällt der ein? Die geht wohl nicht mit der Erdenmutter. Die geht wohl nicht mit der Erdenmutter. Hey Hiro, ich hab's geschafft. Ich bin auch endlich. Ich hab aber keine Steine mehr. Keine Seelensplitter. Schnuggi. Was? Schnuggi heißt hier jemand. Okay. Ich dachte, du nimmst das nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Nennst du die Folgenquests hier an? Rühmetote? Ja, hatte ich. Welches hast du denn davon angenommen? Beide. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Diese Schalen sahen viel aus. Aber ich fürchte, es stellen sich noch nicht mehr Fragen. Siehste, geht mit der Erdenmutter. Ihr seid von dem Verlassenen. Oh, ich muss was auswählen. Ich kann nämlich den. Because der Look ist mehr wütend als den, den ich schon habe. Und der ist stärker. Ich bin der Schlacht vermisst. Oh, der weint doch jetzt, ne? Weil so ein Fault ist. Nö. Die ist doch scheiße. Ob die alte tot ist oder. Ja. Gabiose. Bäckere. Die hat doch bestimmt Rasserwahl. Oh, jetzt habe ich einen richtig schönen Namen für, ähm, ne Gilde. Wieso? Gummibärenbande. Gummibären. Gummibären. Gibt es aber glaube ich nicht. Also wenn es das noch nicht gibt, dann bin ich echt von den Verlassenen. Wo läuft es jetzt eigentlich hin? Guck, ob es hier irgendwo Wasser gibt. Ich habe bisher kein Wasser gefunden. Ja, Gänze sind Kräuter. Bei dem gibt es vielleicht auch. Nö. Ich habe schon vorne bei der Bäckerin geguckt. Der Leid. Ich habe kein Wasser gefunden. Ganz einfach, richtig. Ich habe es jetzt. Da ist ja ein Halt im Gegenteil. Dann war es mit dem Helm. Nein. Es ist ja genau, ich habe schon gut gemacht. Ich habe einfach mal gehört, ich habe noch ein Kind. Was ist das hier so? Oh, du bist ja auch mal gemacht. Oh, du hast so viele Geschichten. Also, du bist dann schon mal gemacht. ein schlechter Metzger. Ja, wirklich, finde ich auch. Gut, wo wollen wir hingehen? Wo müssen wir hin? Ah, wir gehen hier oben lang. Hinter ihre da und hinterher. Der hat sein Ewa aber schön gesagt. Cassiopeia. Ich möchte auch ein Tier haben. Ich möchte nicht immer laufen. Daraufhin esse ich noch ein Bounty. Dann brauchst du auch nicht mehr laufen. Dann kann man dich hinrollen. Ja. Bounty. Finde ich ist von den ganzen Sachen ekligste was man essen kann. Bounty? Ja, dieses künstliche Kokosgeschmackszeug. Aber als Eis super lecker. Ja? Als Eis? Ich hab nie genissen. Da hast du was verpasst. Mhm. 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 Ich hab mal übrigens geguckt, als dich letzte Bahn gefahren bin. Es gibt ja echt extremst wenige Leute, die eine Pony haben. Also Frauen. Es gibt voll viele Frauen, die keinen Pony haben. Ich bin voll selten. Die fahren ja auf Bahn, dann brauchen sie ja keinen Pony. Und sie können was? Die fahren ja auf Bahn, dann brauchen sie keinen Pony. Haha. Das ist ja lustig. Ich hab... Passte gerade so gut. Der Karlauer. Schenkelklopfer. Ich dachte, ein Pony wäre eigentlich was, was wir haben. Aber anscheinend nicht. Nee, meine Frau hat auch keinen Pony. Hier ist ein Silberblatt. Ja. Aber darum kann ich auch verstehen, warum mittlerweile echt viele Leute in den Chat reinkommen und... Hey, ich mag deine Frisur. Ich find deinen Pony... Für mich ist das halt was, was ich halt immer trage. Aber ich hab mich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. und gemerkt, dass es irgendwie voll wenig Leute gibt, die... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich mag mich gar nicht mehr in den Spiegel angucken. Weißt du warum? Na? Weil ich immer grauer werde. Vielleicht solltest du mal einen Pony tragen. Hier wurde er grauer. Ich hatte mal als... Boah, als 15-Jähriger hatte ich mal einen Pony. Echt? Ja, also... Das war damals modern, Mitte 90er als Junge. Kurz rasierte Haare, aber ein Pony bis zur Nase, weißt du? Das sah bestimmt hübsch aus. Hier sind... Äh, der ist tot. Müssen wir den Weißen hier töten? Äh... Ja, den können wir ja rufen. Wie den kann man rufen? Ja, mit dem Horn muss ich ihn eh rufen. Ah, okay. Jetzt... Wir haben den Horn bei. Ach da, das ist okay. Ich rufe mal. Da ist er! Alter, greift er dich gleich von ihm an. Aber er ist nur Level 16. Aber er ist nur Level 16. Aber er hat einen Seelenstein bekommen. Hast du den Ball? Gelootet? Ja. Gott. Und jetzt? Äh... Jetzt gehen wir wieder zu den Harpien rüber. Oder wollen wir... Wir brauchen 6 von diesen Ringen, von den Harpien. Okay. Wollen wir das noch machen, oder? Ja. Wollen wir Feierabend? Ein bisschen scheiße haben wir ja noch. Das klingt doch nach einem Plan, wie ich sage. Tada! Äh... Kriegsmesse des Arcanen Zorns. Natürlich bekommst du das wieder. War ja klar. Wirfeglück. Was? Machst du denn einen Dolch-Hexer, oder? Was? Machst du denn einen Dolch-Hexer? Ich hab'n Dolch. Ist der Seelen gebunden? Nee, ich kann ihn dir noch geben, wenn den haben willst. 10-19 Schaden. 8,5 Schaden pro Sekunde. 10-19? Oh, ich hab' 6-12. Also würdest du ihn gleich haben. Wenn du mir den geben machst, würde ich da natürlich nicht klein sein. Ich kann auch, äh... Ich tausche mit dir. Den wollte ich eigentlich nicht tauschen. Sorry. Ich wollte dir eigentlich was geben, aber ich hab' nichts, was tauschen kann. Nein, und nicht? Dann eben nicht. Danke schön. Bitte schön. Geh mit der Erdenmutter. Aber geh. Ich küsse deine Augen. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Weiß nicht. Geh mit der Erdenmutter, das lag irgendwie nahe. Die sieht alles. Darum sind mir Augen eingefallen. Ich kenn das nur aus dem Arabischen. Ich küsse deine Augen. Echt? Mhm. Ja, fühl dich doch geehrt. Ist glaub ich was Gutes. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht... I feel totally sorry, wenn... Hm! Ich fange morgen wieder Pokémon. Hoffe ich jedenfalls. Hoffe ich jedenfalls. Mal gucken, wie's morgen laufen wird. Pokémon! Pokémon! Röberatio! Ich muss sagen, so wenn... Also ich hab das letzte Woche gemerkt, da wollte ich ja eigentlich sogar noch am Freitag länger World of Warburg spielen. Da hatte ich ja eigentlich geplant von 15 bis 22 Uhr. Mhm. Aber ich hab mich nicht konzentrieren können. Und ich hab danach auch nicht weiter abheben gespielt, weil ich so müde war. Also bei mir ist echt so die Schmerzgrenze 5 Stunden. Und äh, letztens, wo wir da so lange... Wir hatten... Sea of Thieves gespielt und danach Vigor und da waren wir bei 10 Stunden stehen. Das war auch okay, weil man erst bei Sea of Thieves ganz entspannt was gemacht hat und dann bei Vigor vergeht die Zeit eh total schnell. Ja. Aber bei World of Warcraft, da musst du dich die ganze Zeit konzentrieren und lesen und rätseln und boah, ich... Fertig. Ja, das ist der Unterschied. Also ich kann hier 12 Stunden lang World of Warcraft spielen, oder streamen. Und das ist jetzt anstrengend für mich, weil ich hier nicht rätseln muss. Großartig. Doch, ich... Ja, du hast ja die Dinger, wo du hingehen musst, aber ich muss dann immer... Und da hin, und da hin. Das ist echt anstrengend für mich, finde ich. Also ich spiel jetzt hier auch ohne den, ähm... Wie heißt das hier nicht? Spielst du ohne Add-on? Ne, ich spiele hier schon mit Add-on, aber ich habe eins ausgeschaltet. Bei dem Charakter jetzt für, ähm... So als... So eine Stütze, wie du schneller levelst. Also so Power-Level. Ah, okay. Das habe ich ausgeschaltet. Dass du jetzt nicht die Quests annimmst, die immer am meisten ab... Ähm... Genau, dass ich jetzt hier nicht nach einer vorgegebenen Reihenfolge queste, wie ich... Wie ich jetzt am schnellsten nach oben komme, weil zu zweit... Hm... Bringt uns das eh nix. Das kann ich bestehen. Auch wenn es schön wäre, heute nochmal Level 20 zu erreichen. Das schade mir glaube ich nicht. Also mir fehlen jetzt nur noch knapp 4000 Erfahrungspunkte. Echt? Bist du schneller leveled als ich? Mir fehlen 7000. Ja, das liegt daran, weil ich länger blau war. Warum warst du denn länger blau als ich? Ja, das weiß ich ja nicht. Das hatten wir doch vorhin schon mal thematisiert. Ist aber gemein. Ob ich das wüsste. Ey, die wollen's alle auf mich heute. Fassbar. Boah. Der eine gerade abgefristet, kommt der nächste an. Ey. Ife. Aber am frei, ich bin mal auf die Wälder. Ich bin mal auf die Wälder. Und der andere hat dich auf den Wälder. Ich bin mal auf den Wälder. Und ich möchte ihn mal auf den Wälder nehmen. Oh, du musst mal auf den Wälder. Aber wir haben es geschafft. Ja, Gott sei Dank. Dank deiner Hilfe. Sonst wäre dir echt ein bisschen knapp geworden. Ich hätte zwar noch einen Trank nehmen können. Jetzt zu den Haftpielen? Ja. Ich würde mal gerne wissen, wenn du hier langläufst, die hier eigentlich beziehungsweise nicht sichtbar sind. Wenn du an denen so vorbeuläufst. Das wäre bestimmt auch voll interessant. Meinst du, den Sichtradius von denen zu sehen? Ja, dass wenn die ausgelockt sind, dass du die trotzdem siehst. Achso, quasi so als schemenhaft. So ein bisschen. Dann siehst du hier bestimmt überall Leute so. Heiß da. Dann siehst du ja gar nichts mehr. Wer heißt der jetzt? Den Wirtshäusern? Gasthäusern? Oh ja, stimmt. Das wäre auch ein bisschen. Alles voll. Weil, wenn du dich im Gasthaus auslockst, wird die Ruhephase ja verlängert. Das tut so dumm, warum ist keiner hier, sagt er. Das war der auch nicht. Hast du was bekommen von der? Mhm. Was brauchen wir denn von denen? Harpien-Offiziersring. Okay. Aber müssen wir da besondere töten? Achso, wir müssen die Offiziere da Harpien töten. Aha. Wo sind denn hier welche? Ach, die sind noch weiter drinnen. Oh mein Gott. Ah, okay. Dann auf, auf. Ah, so eine Töterin zum Beispiel. Hm, okay. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss sagen, jetzt, also heute komme ich relativ gut mit meinem Priester klar. Hm, ja, du hast nicht oft mit Haien angebraten. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich kaum gespielt habe in letzter Zeit. So wirklich, äh, exzessiv habe ich letzte Woche Montag mit dir gespielt. Oh, okay, da sind wir schon alle her. Ja. Ach, ich hab noch keinen Ring gehabt bisher. Ich nicht, ich hab schon einen bekommen. Boah, zeitgleich umgefallen. Oh, stopp. Das heißt ja immer, der, äh, Heiler macht kaum Schaden. Aber ich hab gerade doppelt so viel Schaden gemacht wie du bei der Harpien. Ja, ich hab die auch nur mit meinem Zauberstab. Ja, diesmal hast du vier Schaden mehr gemacht als ich. Wow, vier fucking Schaden. Wir sind alle verwirrt. Wir verletzen uns selbst. Oh mein Gott. Gut, das geht aber schnell. Ich hab jetzt schon drei Ringe. Ich bin immer noch bei einem. Was? Was? Kann nicht sein. Nein. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das gibt es nicht, ey. Das ist wahrscheinlich schon viel. Wo ist das? die nur ein Blöden Ringen und der Erdenmotor kein Ring kein Ring ich bin außer Reichweite kein Ring 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 ich habe ein Gabelbein bekommen davon habe ich auch schon ein paar bekommen das ist echt so eine Quest die merken gerade ja weil halt nicht jeder sowas droppt ne ja das halt so ein Zufall ist weil sind das doch alles Offiziere oh ein Ring Palim 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 ich muss näher ran ich muss näher ran versteh die einfach nicht ich werde hier einfach angeflüstert ob ich Bock hätte auf hdw Hat wer dich angeflüstert? Eine Sericha Ist doch schön, wenn sie dich fragen Weil du halt ein Heiler bist Dich kann man immer gebrauchen Wollte Gleich Schluss Machen Ah, da müssen wir auch irgendwann machen Ja, da müssen wir auch nochmal rein Vielleicht beim nächsten Mal Das könnten wir eigentlich wirklich machen Also über nächstes Mal Genau So, ich hab jetzt auch drei Ringe Was? Ah, da sind die von dem blöden Wegelager dann angegriffen Diese Bitch Wie kann sie das nun tun? Das ist einfach eine Leiter Und krieg die dafür nur ein gebrochenes Gabelbein Also das hätte sie sich sparen können Also ehrlich Boah, ich musste mir heute wieder so ein blödes Monatsticket kaufen von der Bahn Oh, okay 142,50 Euro Ah, das ist schon teuer, ne? Dafür, dass ich zehnmal Jetzt im Monat hin und her fahre Bei mir ist das so, ich hab halt auch ein Studenten Wenn ich halt alle halbe Zeit Wie viele Jahre Zahle Dann hab ich da halt die Immatrikulation drin für das Semester Und ich hab Für das Semester Und ich hab halt Ein Bahnticket mit bei Und das ist halt ein VBW-Ticket Also das ist eigentlich Problem ist, fahr halt Eigentlich gar nicht Bahn Und du kannst es nicht einzeln kaufen Und du kannst es nicht einzeln kaufen Du hast es halt immer dabei Und das Bahnticket kostet da halt einfach mal Weiß ich nicht, 240 Euro oder so Alleine schon für die Studiengeburt Das andere ist halt 60 Euro Was ich eigentlich wirklich nur für die Uni bezahlen Und das ist halt so blöd, dass du das nicht einzeln kommst Weil ich brauch das Bahnticket halt eigentlich gar nicht Ich fahr so selten mit der Bahn um Ich bin außer Reichweite Und die kriegen das Natürlich günstiger als Angebot Wenn sie das halt allen Studenten anbieten Ja Und ich bin ja eigentlich Und die Leute von außerhalb kommen Das ist natürlich okay, aber ich nutze es halt gar nicht Eigentlich selten Und das Schlimme ist Bei mir Ich würde ja eigentlich Ein Jobticket kriegen von der Bahn Ja Weil ich ja Bahnbediensteter bin Das Problem ist Bei mir am Bahnhof Hält aber nicht ein einziges Ähm Kein einziger Zug von der Deutschen Bahn Oh, okay Ach, das sind ja nur so eine anderen Ja, und die unterstützen das halt nicht Das ist ja blöd Das ist es Das ist ja sehr blöd Ich könnte sicherlich über Mittel und Wege finden Wie ich kostenlos fahren könnte Was aber für mich auch wesentlich mit mehr Aufwand verbunden ist Ich müsste zum Nachbarbahnhof fahren Dann extra mit dem Auto Und dies und das Eher los Und Da gebe ich dann doch lieber die 142 Euro aus Für das Das blöde Monatsticket Und dann Brauch ich nur zu mir zum Bahnhof runterlaufen Dann ist es auch gut Aber monatlich ist auch krass 142 Euro Ja, aber wenn ich jetzt berechne Ich würde da mit dem Auto hin fahren Ja, wäre halt auch feuer Und das tut sich nichts Vor allem, ich sag mal mit der Bahn fahren Das ist jetzt stressfreier für mich Findest du das Ich finde das gar nicht Ich bin Bahnfahrer Also in Berlin halt Das Bahnfahren gar nichts Weil hier alle so fahren wie sie wollen Und gefühlt kommt hier die Bahn pünktlich Und das kann dich gar nicht gebrauchen Wenn du da zur Klausur rechtzeitig sein musst Dann musst du am besten Zwei Bahnen eher nehmen Weil ich aber weiß wann Am besten zu Fuß gehen Nach Potsdam Kallmock Dann lauf mal nach Potsdam Kallmock bist du auch noch da Dann bist du ja in 5 Jahren nicht da Ja, der guckt immer mal wieder rein Ich sehe es ja an den An den Viewzahlen Wenn man mal reinguckt Oder? Bist du schon die ganze Zeit dabei? Ich weiß gar nicht Dann gehörst du auch zu den zwei, die die ganze Zeit dazu gucken Ich weiß es nicht Ich meine, ich sag mal so meine Die 240 Euro, die du da im Für sechs Monate bezahlst Die sind noch relativ günstig Wenn du mal vergleichst Dass du ja 142 Euro bezahlst Für einen Monat Ist das natürlich Ist das schon günstig noch, ne? Ein Ticket Und ich kann halt VBB Ich glaube ich kann halt Berlin und Brandenburg fahren Theoretisch Was ja dann auch nicht schlecht ist Berlin, Brandenburg, ja Naja, weil die Uni halt in Potsdam zu pflegen ist Und viele halt auch aus Berlin fahren Und dann da halt zu gehen Warum haben sie das gleich so verbunden Eigentlich ist es cool, aber eigentlich brauche ich es auch nicht Ja, also ich bin ganz froh, dass ich mit der Bahn fahre Ist mir auch egal, wie gesagt, dass es teurer ist Ist halt stressfreier Weil es ist genau bei uns Bielefeld am Hauptbahnhof Ja Und da zu parken, da erstmal hinzukommen Weil es mitten in der Innenstadt ist Katastrophe Das glaube ich Und dann natürlich teure Parkplatzgebühren Und oh ne Der Stress dann morgens hinzukommen Im Stau zu stehen Im Sprit, den du da verballerst Ne Das ist halt das Gute, wenn ich Ähm Potsdam Also ich muss einmal nach Potsdam fahren Und einmal nach Gollm Das ist sozusagen ein Dorf weiter Da haben die halt auch noch so ein Ähm Ja Was zur Uni gehört Und da kannst du extrem gut parken Und da mach ich das zum Beispiel so Wenn ich halt nach Potsdam muss Dann fahr ich halt nach Gollm Und park dann einfach äh Äh In Gollm Und fahr dann mit dem Bus Die 5 Minuten nach Potsdam rum Aber mit der Mit der Bahn dahin Die Bahn nach Potsdam Das ist halt Von mir aus gesehen Eine totale Katastrophe Weil halt nicht direkt hinführt Ich muss sozusagen einmal In die Innenstadt Um dann Von dort auf ein anderes Gleis zu fahren Was wieder zurückfährt In meine Richtung Aber halt nach Potsdam Da gibt es halt keinen richtigen Direkten Weg Halt hin Das ist echt so ein bisschen doof Ja aber da gebe ich dir recht Kein Bock Da kann man wenigstens noch mal schlafen Schlafen in der Bahn? Oh Gott Ja zumindest wenn man einen Sitzplatz kriegt Bei mir sind die Züge vollkommen überfüllt Immer Sitzplatz ist auch so eine Sache Ja das stimmt Also was Morgens Also ich nehme um 7.17 Uhr den Zug nach Bielefeld Von mir aus Der ist so überfüllt Da einen Sitzplatz zu kriegen Ist reiner Zufall Hm Du musst schon eine Eine Stattze Einsteigen Ja dann müsste ich ja mit dem Auto fahren Da kann ich auch gleich Ja dann kannst du auch komplett fahren Das denken sich dann bestimmt einige Aber lieber gut gestanden als schlecht gefahren Ich habe einen Ring Ich habe schon 5 Ich bin immer noch bei 4 Du könntest ja nach Charlottenburg fahren Von der Ausfährte nach Potsdam Aber die Regio ist wie du schon sagst extremst voll Da fahre ich lieber mit der S-Bahn Und fahre dann über so ein paar Ecken Ich finde das so krass wie voll die Bahnen sind immer Ja Sind halt zu wenig Hänger dran Ja die zu Stoßzeiten halt auch Also gerade hier die S-Bahn hat zu Stoßzeiten ja auch nur Ähm Glaube ich manchmal 6 Hänger Obwohl die eigentlich mit 8 fahren können Und so ist es bei der Regio doch ähnlich Ich könnte nur eigentlich immer noch mal einen Hänger hinten ran hauen Ich häng fest Ich kann nicht Ich bin mit Dings Betreut Ich könnte laufen so eine scharfe Krallen Klauen Aber stimmt eigentlich Ich bin schon mal Oh Woll ich aber nicht Ich glaube ich fahre ich bis dann Da könnte ich rein theoretisch auch in die S-Bahn Aber ob ich Westkreuz umsteig oder Charlottenburg Das glaube ich egal Aber Regio ist halt so Blöde bei der Regio Bei Stunden Paar Minuten Bei der S-Bahn fährt hier alle 10 Minuten Aber die Regio fährt halt so alle 20 glaube ich Oh Das wäre hier Luxus Ich kann mal einmal die Stunde nach Bielefeld fahren Ja du bist halt Seit der S-Bahn-Stadt Also schon aber Meine Klauen werden 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 Wie viele Ringe fehlen dir denn jetzt noch? Zwei Zwei Okay Korrigiere einer Was? Ich bin auch Aber ich mache heute noch so lange bis ich Level 20 bin Echt? Ne Ich mache nur noch die Quest Das sind ja nur noch tausend Also weniger als tausend bei mir Ja du hast ja liegen Aber kriegst du das nicht mit der Questabgabe? Jaja Wahrscheinlich so genau vor bis wir den einen Ring haben Einen Ring sie alle zu knichten Zwei Ringe Zwei Ringe Einen für dich und eins für mich Okay Am besten holt Ich hole dich mit einem Zug ab Der nur allein für dich ist Wer das hält Ich kann nicht mehr tragen Wenn ich denn nur einen eigenen Zug hätte Ich kann nur einen Zug fahren lassen Ich wollte gerade nicht deine Sachen klauen Nein, nein, nein Das würde ich niemals tun Na, wäre der Hexenschub Die Tüter Da ist eine Tüter Ich fahre halt am liebsten immer mit dem Auto Ne, ich bin jahrelang LKW gefahren Ich habe da die Schnurze voll vom Fahren Klasse liebe einen Fahren Man kann dann auch Musik hören und solche Sachen Und dann kann man mitsingen Und dann kann man Kann man auch genau seine Fahrzeit so einfließen Singst du während des Autos? Fahrst du mit? Klar Wäre nicht Ist ja jetzt nicht peinlich Dass die Leute dich von draußen hören können? Ne Ich höre feinlich Aber die Fenster zuhören Trotzdem hört man dich Und wenn man mich sieht Dann kann ich ja auch telefonieren Es ist schon ein bisschen mehr als nur Bremsen und Gas geben Du musst ja auf die Weichen Das ist schon anstrengend Die Weichen musst du nicht stellen Ne, aber du musst darauf achten Dass die auch wirklich grün sind, oder? Kannst du ja nicht einfach rüber machen Die Signale, ja Nicht die Weichen Ja, aber die Signale Stimmt Stimmt Also es gibt so viele Schilder Und Signale Und dann musst du noch alle 30 Sekunden einen Knopf drücken Beziehungsweise wieder loslassen Dass der Zug weiß, dass du noch da bist Und zwar alle 30 Sekunden? Ja Ja Das ist die sogenannte Sifa Okay Ich kann nicht mehr tragen Und der Bremsweg beim Zug Ist so ungefähr ein Kilometer Ja Oh, okay Also eigentlich brauchst du gar nicht mehr Bremsen Ja doch, du musst schon Bremsen Nein, einfach durchfahren Ja Ja, es gibt ja mittlerweile Das sogenannte PZB Was überall verbaut ist Das Die punktförmige Wie hieß das jetzt? Punktförmige wirkende Zugbeeinflussung Ich hab alles Du auch? Mir fehlt noch einer Immer noch Du kannst meinen dann noch looten, wenn du willst Meine Haken hier Ja, hab ich doch schon gelootet Ich kann... Mein Inventar ist voll Achso, meins auch Ich brauch halt noch diesen einen Ring Den wirst du schon noch finden Kannst du einen anderen? Oh nein, bei mir sind zwei Oh nein Dankeschön Sombra Vielen Dank Bist du tot? Wie? Und soll ich tot sein? Ach, die Biene sieht ja süß aus Die Biene Hast du deinen Ring? Ja Wo kommst du dann? Ich brauch irgendwas mehr Mane Ich kann mich nur tragen Dann nix wie weg hier Ja Okay Aus dem Harpien Filten hier Boah, ich bin schon wieder seit 4 Stunden und 16 Minuten am Streamen 4 Stunden und 24 Dann hast du ja vor 6 Uhr angefangen Mhm, ich wollte schon ein bisschen früher da sein Das ist aber nicht deine Art Das ist aber nicht deine Art Ja, ich hab gedacht, wenn wir halt dann noch gucken, dann ist es ja schon 18 Uhr 20, wenn wir anfangen, dann ist es viel zu spät, dachte ich Nein, Hupnos, komm mit Lass die Scheiß hab hier Komm, komm, komm Oh nein, warum nicht? Geh mit der Erdenmutter Geh Hupnos, komm, schnell Ein Silberblatt Ein Silberblatt Alter, die ist schneller als wir Hey, die willst wissen Da sind so viele Silberblätter Ich bin gleich Level 20 Also ich kann mich noch eine Zeit erinnern, da war die höher als ich im Level Ja, da hast du wohl ne Pr***er-Quest gemacht gehabt Nee, hab ich nicht Ich hab bis jetzt noch keine Priester-Quest gemacht Ich nicht Nee Das liegt jetzt nur daran, dass ich so viel so blau war Okay Oh, pass auf, von links kommt jemand, der mich angreift Wo? Meinst du dich? Ich? Nein, ich würde dich niemals weg Nein Ein Duell? Zeit für ein Duell Du 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 Duell Du 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 Duell Also mit der Musik von Yogi Oh üben wir noch ein bisschen Lass mich Lass mich Ich darf sie sehen, wie ich will Ab wenigstens sind wir uns beide einig, dass es Yogi Oh war Ja, war doch, oder? Ja Schlimmer nicht Guck nach Ich weiß jetzt auf jeden Fall mein nächstes Streamtitel für Pokémon Wie denn? Verrate ich nicht Ah, schade, ich wollte ihn morgen auch reinmachen Das wäre richtig böse gewesen so Überall die Kräuter Wie dunkel es einfach ist Es ist so dunkel Sag ich mach mal was Ich dreh mal die Musik auf Was? Ich hab dich nicht verstanden Du dreh mal die was? Ich hab bei mir mal die Musik aufgedreht Okay Ich muss ihn Was? Die Musik ist so laut Was? Ich mich zu verscheiden Yo Yo Was? Ach, die Strecken sind zu lang, ey Ach, wenn man wenigstens Mount hätte Ich bin mir doch Da hab ich jetzt einen Charakter, der nur noch 4 Level braucht bis zum Mount Bei mir hat jemand la 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 geschickt Bei mir hat jemand la 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 geschickt Wo? Hat irgendwo war das bei dir auch? Nö 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 actually Na es war mein Wecker So Erstmal verkaufen hier ئ das kann weg, das kann auch weg, das kann weg. Wollstoff behältst du, ne? ja. also willst du haben. den würde ich beim nächsten mal dann verarbeiten. da gehen wir mal alles ab. jetzt gehen wir noch die quests ab, die beiden und dann bin ich level 20? nein, nein. bist du runtergefallen? nein. ich bin nicht runtergefallen. auch nicht nochmal. level 20. also soll ich jetzt nochmal zu den blöden ab hier hinlaufen? ja, geht weiter mit der folge quest. naja. immer und immer wieder. jetzt haben wir bluthorn raptoren killen. beim nächsten mal. sonst haben wir hier nichts mehr? nein. haben wir noch alles offen. okay. magst du die dinge noch haben oder nicht? ja, dann gib her. dann kann ich die schon mal verarbeiten. aber cool. level 20. 2 level geschafft heute. sehr schön. vielen vielen lieben lieben dank. kriegst ein bienchen. ein fleißbienchen. jo, dann würde ich sagen streamen. vielen dank fürs zugucken. tschüss stream von hero. bis mittwoch. wenn alles klappt. bei mir. bis dann tschau tschau. tschüss.